Die ist das Ananas Die ist das Ananas Die ist das Ananas Offensichtlich ist hier irgendwie bei der Übertragung, also hier auf der Aufnahme, wir haben es vorher getestet, sieht es gut aus, aber bei ihm kommt es irgendwie heute ein bisschen kurios an. Ja, bei mir kommt es halt irgendwie kurios an. Ich habe sogar ein Netzwerkkabel dran, also daran kann es nicht liegen. Du hast ja gerade vor der Aufnahme statt mich aus Versehen Georg angerufen und da war ja offensichtlich auch gerade das gut. Ja genau, bei Georg war alles super, der hat jetzt gerade irgendwie einen Brettspiele-Kanal oder so geguckt bei Twitch. Brettspiele-Kanal, okay. Ist ja ein Brettspiele-Fan oder Gesellschaftsspiele-Fan, hat er ja auch schon mal erzählt. Ja, das sowieso, ich auch. Übrigens, was auch jetzt sehr wild für dich klingen dürfte, ist, ich spiele es einfach mal ab, um dir zu zeigen, weil jetzt wo wir aufnehmen, ist Sonntag. Und ja, Sonntag, bevor das Ding hier rauskommt, ich mache heute Morgen meinen Facebook einfach mal auf. Ich lag noch so ein Bettchen so schön verträumt und da sehe ich da Axel Schulz, der da in die Kamera lächelt. Ich denke mir, was will der mir denn sagen? Ja, Robert, auch für dich, für die gute Laune heute. Sonnige Grüße aus dem Wilden Osten und ein super schöne, sonniger Wochenende. Nächst die schöne Zeit und macht das Beste draus. Bis bald, euer Axel. Tschüss. Also so kann man doch mal in den Tag starten. Ist das nicht schön? Nein, unser Axel, also du hast ja mehrere Axels damit, aber unser aller Axel Schulz ist das nicht schön. So kann man in den Tag starten, Dickerchen. Ja, ja, ja. Wusstest du, dass ich Axel Schulz mal gesehen habe? Hau mal raus. Im Alexa habe ich den mal gesehen. Und der lief dann irgendwie neben seiner Frau, der muss irgendwie so eine Promoaktion beim Mediamarkt oder so gehabt haben, keine Ahnung, oder für Fackelmann oder so. Und seine Frau war größer als er und von Weitem sah der echt ganz klein aus. Ist schon krass. Ich weiß ja gar nicht, wie groß der ist, aber vom Gefühl her würde ich sagen, das ist ein Riese. Weil du sagst, der steht 1,91. Aber wie gesagt, vom Weitem sah der so klein aus. Ist auch geil, wenn du 1,91 bist und du sagst hier bei, weiß ich nicht, Partnership, ich möchte eine große Frau bitte haben. Also eine größere. Oder so. Ja, ja. Hast du ein schönes Foto mit ihm gemacht? Hast du ihn angesprochen und hast gesagt, ey Axel, Alter? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der einfach mal so hinrandet und sagt, können wir ein Foto machen? Foto, Foto. Das ist ja sowieso so ein Ding, wa? Da wird uns Berlinern ja auch mal gerne mal als Arroganz vorgeworfen, was es ja vielleicht doch ist. Aber wenn du nur mal durch Berlin gehst und jetzt nicht gerade Scheuklappen vor den Augen hast, dann siehst du halt hin und wieder mal einen Promi, sei es ein A-Promi oder ein C-Promi oder ein F-Promi. Das passiert einfach. Da kann auch schon mal passieren, dass dann, weiß ich nicht, Jude Law mit einmal in der S-Bahn sitzt oder was. Das kann auch schon mal vorgekommen sein. Nee, ich glaube Jude Law weniger, sondern eher Keanu Reeves. Der natürlich auch, genau. Und dem Berliner wird ja immer vorgeworfen und das stimmt ja auch ein Stück weit, die registrieren das überhaupt nicht oder denen ist das scheißegal. Und das ist natürlich auch, wenn man so an sich selber horcht, ja das stimmt. Wenn ich jetzt auch einen Promi sehe, dann renne ich auch nicht hin. Also, aber bei welchem Promi könntest du nicht an dich halten und würdest definitiv hingehen und irgendwie, weiß ich nicht, mal Hallo sagen oder auf ein Foto bitten oder so? Also du würdest jetzt eher denken, so Bela B oder Fahre in den Urlaub. Ich glaube, da würde ich auch ein bisschen eingeschüchtert sein. Aber wo ich wirklich mir so denken könnte, das wäre eine coole Socke, ergibt sich halt bei Instagram auch so, Kurt Krömer. Ja, definitiv. Da würde ich hingehen, da würde ich definitiv hingehen. Kurti auf jeden Fall. Oder weißt du, was richtig cool wäre, wenn du hingehst und gar nicht nach einem Foto fragst, sondern einfach nur, ey Kurti, machst du da so Fissbumpen? Du bist nicht so. Keine geile Aktion, ein Buch. Also ich muss auch sagen, also ich glaube, wo ich wirklich hingehen wollen würde, aber da hätte ich ein bisschen Angst in dem Moment, dass ich dann irgendwie getötet werde. Das ist zum Beispiel, wenn da Angela Merkel oder so ist. Weißt du, wenn die da gerade am Einkaufen ist, an der Kasse so und ich gehe dahin, dahin und sage, Mensch, hallo, Frau Bundeskanzlerin, liegt dann auf dem Boden weggefesselt. Was passiert dann? Nein, da wird nichts passieren. Da geht dann halt bloß ein Bodyguard dazwischen und sagt, Frau Merkel möchte hier Ruhe haben, gehen Sie mal bitte weiter oder so. Was war der größte Promi, den du mal durch Zufall einfach so im Alltag mal gesehen hast? Also jetzt nicht, weil du irgendwie zu einer Show hören gegangen bist? Wüsste ich jetzt echt nicht. Also ich weiß noch genau, bei mir war das, ich weiß gar nicht, war das mit meinem Bruder oder mit irgendeinem Kollegen oder irgendjemand, sind wir damals mit einem Auto unterwegs gewesen und das war da irgendwo in Lichtenberg da. Ich glaube, das war die Lichtenberger Brücke, die über den S-Bahnhof rüberfährt und die war dann zum Teil, also die Spuren waren auf eine reduziert, weil da irgendwie Dreharbeiten stattgefunden haben. Und das heißt, wir sind da im Schneckentempo rüber und ich gucke so verträumt nach rechts sozusagen, so aus dem Fenster, ist ja lustig, da haben wir Kameras, da will man ja auch gucken. Ja und da wird da gerade Jodie Foster abgeschminkt, so ungefähr. Da dachte ich mir auch so, ach guck mal an, die Jodie, Alter, das ist ja mal geil. Wenn ich da jetzt hinrennen würde, würde ich bestimmt auch umgebracht werden. Die hat bestimmt auch 20 Sponnygats dabei. Na, das sowieso. Ja, die hatten da glaube ich gerade diesen Film Flight Plan gedreht, der ja auch zum Teil auch in Berlin gespielt hat. Ah, okay, ja. Ah, da fällt mir gerade ein, welchen Promi ich wirklich, also so eine Aktion wie du halt, der Promi saß im Auto und ich stand an der Straßenbahn. Ja. Hartmut Nickel. Ach ja, okay, ja, ist schön. Der ist direkt an mir vorbei, der stand auch direkt an der Ampel neben mir und ich gucke so, Eisbären Auto und gucke so rein. Boah, Hartmut Nickel, geil, geil, geil. Ja, das sind unsere Local Promis hier. Und Rest in Peace, Hartmut. Und ja, da gibt es schon manche echt skurrile Situationen. Also Kurt Krömer, du hast ihn angesprochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man den halt zum Beispiel auch live dann wirklich trifft, unter Umständen in einer Bahn irgendwo oder im Bus oder so, ist halt nicht so gering. Weil der ist halt so einer, der sagt, ich glaube, er hat doch nicht mal einen Führerschein, wenn ich mich nicht höre. Der fährt dann eben ganz locker mit der Bahn und so, wa? Genau, der fährt locker mit der Bahn und macht auch keinen Hehl daraus. Und das Schärfste ist ja auch, die Leute, wenn sie ihn sehen, hat er ja auch selber gesagt, dann überlegen die erstmal, ist er das oder ist er das nicht? Aber eigentlich ist er ja ein Star. Also eigentlich müsste er Auto fahren. Ich fand das geil. Also ich wollte sowieso heute noch darüber sprechen, können wir auch gleich noch ganz in Ruhe machen. Aber einfach nur, weil es gerade zum Thema passt, ich fand das so witzig, wo er bei Spiegel TV jetzt, wo sie diesen Beitrag mit ihm da gemacht haben im Zuge seines Buches. Und er dann da irgendwie durch die, weiß ich nicht, Berliner Innenstadt da gelaufen ist und dann irgendeiner ein Foto und dann Krömer so, ja, macht einen Zehner so ungefähr, kostet einen Zehner. Und er dann irgendwie so, ich habe nur 20, ja, nehme ich auch. Aber Krömer ist schon ein funny Dude, Alter. Genau, also den, wenn ich den sehen würde, ja, da würde ich hingehen. Ich habe mal ein Date gehabt vor ein paar Jahren und habe uns dann unterhalten und so weiter und meinte dann so, Mensch, was machst du denn so, was ist denn so, deine Hobbys und so, was unternimmst du denn so in deiner Freizeit? Und dann hat sich herausgestellt, dass die auch ein riesengroßer, ich sage mal so, Promi-Jäger ist. Aber jetzt nicht im Sinne von, dass sie den auflauert, sondern die geht zu großen, weil die auch so leicht, also so eine Art Journalistin dann auch irgendwie war. Die wird dann quasi eingeladen an den roten Teppich und so weiter zu größeren Veranstaltungen, ist sie immer irgendwie dabei. Oder wenn irgendwelche Promo-Aktionen laufen, dann wird sie da gerne auch mal, kriegt sie dann irgendwie so einen Ausweis, das da mit dringend rangehen kann. Ich sage, krass, wen hast du denn da alles schon getroffen und so. Und dann zielte sie so auf, bla bla, dies, das. Und dann war halt irgendwann auch der Name Tom Hanks fiel dann. Und ich bin da auf dem, also, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist für ein erstes Date, vor ihr schon sabbernd auf dem Tisch zu liegen. Im Sinne von, was, ich bin verliebt in Tom Hanks. Danach die erste Frage, also meine erste Frage ist, seid ihr dann nur wegen Tom Hanks im Bett gelandet? Nein, 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 nein. Nicht nur wegen Tom Hanks. Nein, aber das fand ich ganz interessant. Sie hat mir dann noch Fotos gezeigt und ich dachte mir so, boah krass, das ist schon irgendwie cool so. Ich meine, also, name it, they got it so ungefähr. Also, sie hat mir da Fotos gezeigt von sich mit Tom Hanks, mit Will Smith und, aber immer so halt so irgendwie, du siehst halt, es waren immer so rote Teppiche-Dinger so. Naja, gut, da machen sie sowieso Fotos. Ja, aber ja, trotzdem, ich meine, sie hat zumindest auf ihrer List, sie kann nicht abhaken. Ja, aber ich war dumm. Ich hatte damals noch, vor Corona, da wurde die Hateful Eight in Deutschland, war die Premiere. Und ich bin dann immer über Zoo gefahren mit der Bahn und da war dann, da konnte ich immer Zoo-Palast gucken, da war ein riesengroßes Event und sowas. Und ich dann so gedacht, na okay, gut, wer weiß, welchen Film die da gerade vorstellen. Dann sitze ich dann in der Bahn, gucke so, die Hateful Eight, Quentin Tarantino ist in der Stadt. Und ich so, fuck, wärst du mal hingegangen. Ja, also, wenn man's drauf anlegt, ist das ja kein Problem. Du musst gucken, was wird gerade gedreht in Berlin und dann findest du die Leute. Und da brauchst du ja nun mal, da gibt's dann, du suchst zwei Minuten und dann weißt du genau, wann irgendwelche Termine stattfinden, wo vielleicht Stars untergebracht sind. Und dann ist das schon nicht so ein Problem. Aber das, was du gerade sagst, interessant ist halt auch, wenn dann so eine historische Stadt wie Berlin, da werden ja dann auch mal Filme gedreht, die dann irgendwie aus der Nazi-Zeit und so spielen. Oh, sehr selten. Ja, ja, genau. Und da ist es dann eben auch dann schon öfter mal vorgekommen, dass dann mit einmal so ganze Straßenzüge oder so oder irgendwelche historischen Gebäude mit einmal wieder so voll mit Hakenkreuzfahnen sind und keine Ahnung was. So einfach nur aus der, einfach als Kulisse quasi in dem Moment. Und da sind schon einige kuriose Dinger passiert, wo Leute dann sich sehr erschrocken haben, weil das dann auch vielleicht gar nicht so im ersten Moment gleich als Drehort irgendwie erkannt wurde. Oder ich weiß noch, wo damals, welcher Film war denn? Ach ja, ja klar, Operation Walküre. Der wurde ja auch dann hier Berlin-Brandenburg und so gedreht hier mit Staubenberg. Ja, das fiel mir auch gerade ein. Da haben die doch so vor Messegelände oder so nur Hakenkreuzfahnen hängen gehabt und sowas. Sehr gut. Und dann mit einmal kommt dann so ein Lastwagen voll mit Nazis sozusagen da an und dann aussteigen. Aussteigen und weiß ich nicht was. Aber da gab es auch ein paar kuriose Szenen. Die haben sie damals begleitet, die ganze Schiene. Das war irgendwie beim Berliner Kurier und so haben sie das ein paar Mal gebracht. Dann flogen da mal eben wieder ein paar Messerschmitte mit einem Hakenkreuzfahnen über Berlin und Brandenburg rüber. Echt jetzt? Ja. Wow, wow, wow. Also das ist schon skurril, was da manchmal so für Situationen kommt. Also ich weiß nicht, wenn ich so die Zeit damals erlebt hätte und das für mich ein Trauma ist und ich weiß nicht von diesen Dreharbeiten, kommen wir in so eine Straße rein. Da würde ich aber auch sagen, Hallöchen, was ist denn hier los? Dann heißt das nicht mehr Eggert. Ich glaube, die Russen sind da, sondern Eggert. Ich glaube, die Nazis sind da. Ja, auf jeden Fall. Ach Mensch ey. Sag mal, wie geht es dir denn eigentlich? Ich habe gesehen, du hattest jetzt die letzten Tage, fand ich ganz spannend. Du warst irgendwie im Theater oder so, war? Habe ich das so richtig gesehen? Ja, genau. Da wollte ich auch nochmal drüber reden. Ja, ich war im Theater und zwar hier in der Bismarckstraße, dieses Schiller-Theater und habe mir angeguckt, Mord im Orient-Express. Ist das dieses Krimi-Theater? Nein, 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 war kein Krimi-Theater. Es war halt dieses Ensemble von Kurfürstendamm, aus der Komödie am Kurfürstendamm. Die sind jetzt aktuell da drin und da haben die halt Mord im Orient-Express gezeigt. Und Hauptrolle hatte halt gespielt Katharina Zalbach, wenn man sie kennt. Ja. Die Kleene, die Kleene. Herr Clue, wie hieß er? Herr Clue Perrault oder so. Okay. Und dann hat noch ihre Tochter mitgespielt und ihre Enkelin hat noch mitgespielt. Ah ja. Ja, ihre Tochter hat man dann auch erkannt. Ihre Enkelin ist halt so, das ist ein bisschen schwierig, aber... Okay. Also, ich fand's gut, es war auch zum Teil lustig, aber ich war mit meiner Freundin da und die fand das nicht so. Da kam man den Humor irgendwie nicht ran. Okay, also du fandst es okay, Tatort-mäßig? War das Theater auf Tatort-Niveau, können wir es so sagen? Ich fand's besser. Okay. Aber Tatort, guckst du eigentlich Tatort? Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben einen Tatort geguckt. Und nein, nicht den mit Til Schweiger. Ja, okay. Ja, das war sowieso ein crazy, crazy Part. Nee, ich habe... Zu Tatort gab's ja dieses Ostdeutsche. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Polizeiruf 119. Ja, genau. Das läuft ja heute teilweise noch, wa? Und das läuft heute noch. Und es gab... Dazu gibt's eine Story. Und zwar, es gab eine Folge, die hat in Marzahn gespielt. Und zwar hinten Mero Allee. Und da ging's wirklich darum, dass so ein Typ immer Kinder angerufen hat oder zu Hause angerufen hat und hat halt gesagt, hier, na, wenn du dich jetzt hier nicht mit Strom... Wenn du jetzt nicht das Strom ins Wasser hältst, dann rufe ich deine Eltern an und sage, dass du böse Sachen gemacht hast und sowas. Und das haben dann die Kinder halt gemacht, weil die halt so leichtgläubig waren. Und ja, und da haben sie dann auch damals... Da war der Fall dort. Und die haben das Ganze auch dort nachgedreht. Da kannst du dann wirklich noch sehen, wie damals Mero Allee hinten noch dieses alte Karree war. Dieses gelb-weiße Karree. Oh ja. Das gab's da. Das ist ja jetzt komplett abgerissen. Ja. Aber stimmt, die Story sagt mir auf jeden Fall was. Darüber hatten wir uns früher auch mal unterhalten. Ich glaube, meine Eltern haben sich sogar ganz gezielt mal mit mir darüber unterhalten, wo es damals darum ging, wenn jemand anruft oder so an der Tür, geh nicht ran und so weiter. Ist ja nach einer wahren Begebenheit war. Ist ja wirklich passiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja, genau. Ich guck gerade mal, wie die Folge heißt. Also ich weiß bloß, dass der Vatern hat... Ich weiß noch, die waren... Das war denen damals auch sehr wichtig, dass die mir mal... Wir haben's, glaube ich... Ich meine, ich hab das sogar gesehen oder ansatzweise. Aber zumindest haben wir darüber gesprochen. Und sie meinten auch, wie du schon sagtest, dann ist eben so ein Freak gewesen war, der dann eben so ein krankes Arschloch, was dann schlussendlich die Kinder angerufen hat und die dazu gezwungen hat, überredet hat, irgendwie sich wehzutun oder teilweise umzubringen einfach, wa? Ja, genau. Und ich glaube, ich weiß noch, wie der Film hieß. Oder mit Anruf kommt der Tod oder so. Ja, 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 genau. Irgendwie so. Sag mir was. Genau. Und die wirklich, wenn du die dir anguckst, die spielt so an... Also Anfang... In den 80ern ist es passiert. Anfang der 90er haben sie es gedreht. Und da siehst du dann wirklich, wie Marzahn damals noch aussah. Ja, ja. Also da hinten. Ja, das ist schon interessant. Ich musste auch letztens daran denken, wie unsere alte Heimat Marzahn früher aussah. Vor allem, ich bin letztens irgendwie am E-Skate gewesen. Oder ich war da am Le Prom da und war da verabredet. Und hab mir dann so, musste noch mal mit warten, hab mir so das E-Skate angeguckt und dachte mir so, boah krass, ich hab noch so viele Bilder im Kopf. Ähm, wie damals dieses alte Kaufhof-Ding da stand. Ähm, dieses uralt Gebäude, was garantiert Asbest verseucht war oder weiß ich nicht, was da alles drin war. Aber das war halt so ein klassisches, ähm, wie soll man sagen, so was man heute Discounter nennt. Da sind so viele Läden in einem gewesen und du hast da, wenn du Faschingskostüm gefunden hast, bist du da rein. Wenn du einen Wochenendeinkauf gemacht hast, konntest du da, glaube ich, auch glücklich werden. Also du hast Autoreifen, hast du da drin gefunden. Und also, es war, es war ganz skurril. Die Bilder waren noch so richtig Osten, richtig schön Ostdeutschland. Und, ähm, da haben wir viele, viele Stunden damals drum verbracht. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Nur so, genau, da war Galeria Kaufhof drin, das war das ganz große Ding. Ähm, genau. Da gibt's bei YouTube so einen ganz kleinen Film, der geht nur dreieinhalb Minuten oder so. Aber der zeigt eigentlich Marzahn, wie es damals aussah und zwar von Spiegel TV, Totalschaden in Marzahn. Ja, war nicht schlecht. Ja, äh, Marzahn hat sich stark verändert. Ist ja auch ein relativ junger Bezirk noch, was das Aufbau angeht. Aber, gut, okay. Aber, Robert, mal was anderes. Ähm, sag mal, äh, die, die ganze Geschichte da mit Russland und so weiter führt ja jetzt irgendwie dazu, dass jetzt irgendwie wieder gehamstert wird, wa? Also zumindest fangen Leute an zu hamstern. Und, ähm, ich dachte so, okay, ja, die werden halt wieder die klassischen Sachen sich nehmen. Dann werden sie die Produkte nehmen, die vor allem durch russische Produktion oder ukrainische Produktion, Getreide, bla, bla. Ist ja auch so, weil Mehl wird eingekauft. Ähm, dann geh ich bei mir in meinen Laden hier rein. Lass mich, lass mich raten. Der neueste Shit ist nicht mehr Klopapier, sind nicht mehr Nudeln, sondern Speiseöl. Ja, das ist krass. Also, bei mir geht's eigentlich noch, da findest du noch eine ganze Menge Öl, richtig. Aber wo ich ja doch ein bisschen, äh, äh, ja, verblüfft war, äh, war, äh, Haarspray und Haarshampoo. Das bunkern die Leute, was, hä? Wie, Haarspray und Haarshampoo? Ja, und ich dachte dann, also normalerweise machen die ja immer einen Zettel ran, wenn's Lieferprobleme gibt. Dann siehst du mal gleich, okay, das hat jetzt, das ist jetzt einfach bloß, weil die nicht in der Hell kommen sind. Dann hab ich die Verkäuferin gefragt, sag mal, was ist denn hier mit eurem Haarshampoo und so los? Sagt er, ja, kann sich ohne erklären, die Leute kaufen das wie bekloppt? Und die hat dann noch so einen schönen Spruch genannt, so, weiß ich nicht, für die nächste Krise, äh, ähm, noch Alkohol haben wir alle gebunkert, jetzt sollen die Haare auch noch schön aussehen oder so. Entschuldigung. Ja, was hast du gerade gemacht? Ich hab gerade fast ein Bäuerchen gemacht. Äh, komisch, da hieß du, da hast du dich ganz normal angehört. Okay, also ich muss in Bäuerchen-Sprache sprechen. Oder rüppst du die ganze Zeit gerade? Ja, die ganze Zeit, ich furze auch die ganze Zeit nebenbei, aber durch Noise-Canceling wird das ja mal rausgefiltert. Das, das ist es. Das ist vielleicht das Störgeräusch an der Stelle, also wenn ihr leicht im Hintergrund so, ja, wisst ihr Bescheid, was das ist, aber dann hat das nicht ganz viel noch rausgefiltert. Ja, das sehe ich auch so. Äh, ja, ähm, genau, ich war, ich war gestern, ich war ja gestern noch in Polen, äh, weil meine Freundin da durch sich gemacht hat bei ihrem Auto und da waren wir halt in Grünberg und ist ein schönes kleines Städtchen, um 14 Uhr machen da die meisten den zu. Ja, und dann haben wir da, äh, noch groß eingekauft, da sind wir, waren wir wieder bei Enchant und das war riesig und da gab's, da gibt's noch Öl, da gibt's noch Öl. Da gibt's noch Öl? Enchant ist wie, ähm, Kaufland. Ah, okay, alles klar. Und da gibt's noch eine Menge Öl. Da gibt's noch eine Menge Öl, also die, die Polen haben offensichtlich noch irgendwie einen Weg gefunden, vielleicht pumpen die das doch aus ihrem Auto raus, machen noch einen Schluck Wasser mit rein und dann sagen sie hier, zack, das ist zum Kochen hier. Reicht? Ja, ja, so in etwa. Oder die haben das hier, jetzt kommt wieder hier, oder die haben das hier bei uns geklaut und jetzt verkaufen sie das da drüben, ey. So sieht das nämlich aus, aber da hab ich mir auch so gedacht, Mensch, wenn ich jetzt hier ordentlich Öl kaufe, rüberfahre und das dort verkaufe für 30 Euro die Flasche, Mensch, das mach ich auch schon wieder plus. Ja, beziehungsweise da drüben kaufen und dich hier irgendwo hinstellen, Zentralen und sagen, hier ein Fläschchen Öl, 50 Euro. Ne, das mein ich ja. Achso, ja, okay. Ich fahr rüber, kauf's da und komm wieder hierher. Das haben sie doch garantiert, ohne Scheiß, wo damals das Klopapier so weggekauft wurde. Ich glaube, wir waren kurz davor, kurz vor so einer Grenze, dass du dich mit Klopapierrollen einzeln in wirklich irgendwo Warschauer Straße oder so hättest hinstellen können und sagen könntest, ein Furfi pro Rolle und du hättest immer irgendeinen gefunden, der das abgekauft hätte. Und bei mir sind 50 Euro gerechtfertigt, weil ich hab das Jute. Ich hab das Fünflagige. Genau. Ich hab das Fünflagige pro Lage im Zehner. Ja, ich stelle dir mal vor, ich drehe das um mal zehnlagig. Also, ja, das war mal, genau. Naja. Okay, und Polen, ja, war schön, war super. Habt ihr denn also eingekauft oder wart ihr jetzt nur wegen der Durchsicht da? Ne, wir haben Wochenkauf gemacht. Okay. Wocheneinkauf. Spart man da noch so deutlich? Na, ich hab 70 Euro ausgegeben. Ich frag mich wofür. Okay. Aber ansonsten, ja, man spart ein bisschen. Also, es ist jetzt nicht so viel. Der Benzin kostet auch noch einen guten 1,30 dort. Mhm. Geht immer noch, aber an anderen Sachen hier, Autobahnen und sowas, da zahlst du ja jetzt schon 1,50 pro Liter. Na, jetzt werden sie ja alle rüberrennen, da brauchen wir noch schöner Benzin noch abschöpfen, weil es ist ja so teuer geworden. Also, ich bin ja kein Autofahrer, ich kriege das nur so immer so am Rand mit, wenn Kollegen meckern oder wenn das in den Nachrichten irgendwie ist. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne, wenn ich jetzt falsch liege, ist so der Benzinpreis, den wir jetzt hier hatten, irgendwie so sprunghaft gestiegen, dass der, weiß ich nicht, von 1,60 roundabout auf über 2 Euro gestiegen ist, oder? 1,70 und dann das höchste, was ich je gesehen habe, war 2,30, aber der pegelt sich jetzt gerade so bei 2,10, 2,15 ein. Ja. Aber trotzdem, es kann nicht sein, es ist einfach nur reine Abzocke durch die ganzen Tankfirmen, weil die ganzen Lager sind voll. Alles, was produziert wurde, war noch auf den alten Preis. Also eigentlich müssten die das alles noch für den alten Preis anbieten. Die machen aus Elend, was in der Ukraine ist, einfach mal Kohle. Ja, ich habe auch letztens irgendwie gehört, ich dachte auch so, okay, das ist dann auf Grund des Krieges und so weiter. Ja, ist ja auch der Grund, der irgendwie als Anlass genommen wird, die Preise da hochzuschieben. Aber da hat auch irgend so ein Experte bei N24 oder so gesagt, naja, das ist halt wirklich, wie du schon gerade gesagt hast, der Rohstoffpreis ist ja gar nicht teurer geworden. Es ist nur, der Endpreis ist teurer geworden durch die, ja, durch die Schirafinerien oder wie man das nennt. Ich weiß nicht, wer da... Ja, genau, genau, wie gesagt, die ziehen halt die Preise bloß an, weil die jetzt halt sehen, oh, wir können mehr Kohle machen, weil die Leute das dringend brauchen. Richtige Bastarde. Kapitalisten. Hat jetzt ja gesehen, der Lindner will ja jetzt irgendwie da irgendwie einen Rabatt irgendwie anbieten und eine Reform, weiß ich nicht was, dass da jetzt kurzfristig irgendwie der Preis so ein bisschen gesenkt wird. Und dann dachte ich mir in dem Moment, ja, klingt ja gar nicht so schlecht, aber wie sieht es denn eigentlich aus? Könnte man denn jetzt nicht einfach mal die öffentlichen Verkehrsmittel mal günstiger machen an der Stelle? Habe ich mir so überlegt, das wäre doch auch mal eine Maßnahme. Haha, hast du etwa schon die neue Folge von ZDF Royale gesehen, oder wie? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ach, haben sie es da auch als Thema? Es ist das Hauptthema. Also hier gerade Deutsche Bahn oder so. Ja. Warum Deutsche Bahn aktuell keine Alternative ist. Okay. Ja, wegen den Preisen einfach. Um es grob zu erzählen, er hat halt viel darum erzählt. Und er hat auch ein Rechenbeispiel gemacht, zum Beispiel von Chemnitz nach Berlin. Mhm. Zahlst du für die Bahn, also wenn du kurzfristig buchst, weil kann ja mal sein, dass du kurzfristig wegfahren möchtest, zahlst du für eine vielköpfige Familie 200 Euro. Ja, das ist... So. Aber er hat ja noch ausgerechnet, vor allem er hat mit dem teuersten Sprit, ich gucke, 220 hat er angegeben pro Liter, kam er auf 53 Euro. Ja, das ist wirklich, das ist, also das ist zum Beispiel auch wirklich ein Thema, diese Scheiße, also die, wir haben in Deutschland ein so gut ausgebautes öffentliches Nahverkehrsnetz. Ja, du kommst eigentlich an keinen Ort oder wenig Orte gibt es in Deutschland, die nicht irgendwie mit einer Bahn oder Bus erschlossen sind. Aber gerade wenn man mal diese Schienenfahrzeuge, Schienenstrecke sich anguckt, wie teuer das einfach ist, um einfach mal von einem Teil der Republik in den anderen Teil der Republik zu fahren. Und du bist da jetzt, gerade hast du nur Rechenbeispiele gemacht, von Berlin nach Sachsen oder umgekehrt, das ist jetzt nicht die ganz große Strecke. Nee, das ist wirklich nicht die große Strecke. Und wie wurde, wie er da auch gesagt, das kann ich ein bisschen spoilern, und zwar wird ab 12. Juni, also aktuell, wenn du von Berlin nach Chemnitz fahren möchtest, musst du umsteigen. Ja, okay, also das ist, also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Du musst teilweise, ich habe auch mal nie verstanden, wenn ich zum Beispiel ein Bahnticket mir geholt habe. Und es hieß immer, ja, geh hier auf, weiß ich nicht, Sparpreisfinder.de oder wie das Ding heißt. Du kriegst immer massig Rabatte. Immer wenn ich reingeguckt habe, also ich glaube, ich war zu blöd, da irgendwelche Rabatte zu finden. Ich habe immer viel bezahlt. So, jetzt an der Stelle merke ich, dass ich glaube ich meine letzten zwei Sätze umsonst gesagt habe, weil beim Robert ist hier irgendwie ein Mondsymbol, als wenn er erst abwesend und sein Bild hängt. Was ist denn da los? Also ein schönes Bild. Robert ist ja auch ein fächer Mann. Aber eigentlich wäre es schön, wenn ich ihn jetzt so wieder, naja, im Bewegtbild sehen würde. Da ist die Verbindung abgebrochen. Mann, 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 Mann. Was ist denn hier heute los? Das ist ja nicht zu fassen. Ist das schon der Hackerangriff? Ist das schon der Angriff der Russen? Oh, Robert ruht an. Warte mal. Ja, Tarschen. Hi. Hörst du mich noch? Na, jetzt so hier, ja, aber da nicht. Die Verbindung ist weg und du bist auf abwesend im Discord. Das kann gar nicht sein. Mein Rechner ist auf einmal ausgegangen. Oha. Ich klicke ihn nur nicht mehr an. Oha, was ist denn hier los? Doch nicht. Ich muss mein Rechner ausmachen. Ja, mach mal. Warte, der ist gleich fertig. Okay, mach mal. Kann ich so lange eine rauchen gehen? Das dauert aber bestimmt noch zwei Minuten bei dir. Ja, geh mal eine rauchen. Ich glaube, bis gleich. Bis gleich. So, und damit sind wir dann jetzt auch wieder zurück, Robert. Also, wir müssen jetzt mal ganz kurz aufarbeiten, was hier passiert ist. Ich habe ja schon vermutet innerlich, oha, es ist soweit. Ich habe dich ja gestern oder vorgestern angesprochen, weil ich ja hier Kaspersky auf dem Handy habe, ob nicht ich jetzt umsteigen sollte, weil jetzt überall gewarnt wird und das Bundesamt für IT-Sicherheit hat da auch nochmal gesagt, ey, was ist auf hier vor eventuellen Russen angegriffen? Robert, sind wir gerade Opfer eines Angriffs geworden? Nein, nein, ich war einfach nur zu dumm, den Stecker wieder von meinem Laptop in Steckdose zu stecken. Da ist das Ding in Standby gegangen. Aber zum Glück ist unser Aufnahmeprogramm so gut, dass das wenigstens beim Starten wiederhergestellt werden konnte. Ah, herrlich. Ja gut, also sowas passiert dann eben. Zu dieser Hacker-Geschichte komme ich gleich nochmal. Aber ich wollte nochmal ganz kurz, ich weiß nicht mehr, was wir vorher schon alles darüber erzählt haben. Wir waren da kurz beim Thema Deutsche Bahn und so weiter und so fort. Also Thema war, dass halt viele Städte angebunden sind und sowas. Und ich wollte ja erzählen, dass die Strecke von Berlin nach Chemnitz ab 12.06. wieder ein ICE durchfährt. Vorher nicht. Und wie stand es? Und zwar fährt ein Zug zweimal pro Tag nach Berlin. Ja. Einmal um 6.26 Uhr und einmal um 8.26 Uhr. Okay. Also schön früh, sonst gar nicht. Das ist ja schon mal was. Warte mal, ich muss gerade mal was gucken. Da fällt mir gerade spontan was ein. Achtung, hört mal rein, das ist ein Ausschnitt damals aus Fritz Radio zum Thema S-Bahn. Guten Tag meine Damen und Herren, entschuldigen Sie mich. Nee, warte mal. Ich muss doch Stopp machen. Also offensichtlich ist das ja heute alles nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Also was ich eigentlich gerade abspielen wollte, war folgendes. Fritz Radio, das war damals, ich glaube hier mit Mike Lehmann damals die Zeit, die haben Folgendes gemacht, die haben so kleine Spots gemacht, um die S-Bahn ein bisschen zu ärgern. Und dann war da mit einmal so, du hast so Bahnhofsgeräusche gehört und so weiter. Und dann kommt so der BVG oder die Deutsche Bahn DJ. Der smarte BVG DJ. Ja genau. Und der haut dann sozusagen in sein Mikro, meine Damen und Herren, es fährt ein, eine S-Bahn. Und dann hörst du so Applaus. Ja, das Ding kenne ich auch. Fand ich sehr gut, fand ich sehr gut. Ja, also mein Plädoyer ist auf jeden Fall, was das angeht, ich finde auf jeden Fall, ich finde es eine Katastrophe, was die Preise in Deutschland angeht, was die Deutsche Bahn ist. Ja. Das muss deutlich günstiger werden. Ich habe auch gerade erst hier mit einer Freundin drüber gequatscht. Die wollte jetzt mit ihrem Mann rüber nach Düsseldorf so in dem Bereich und meinte, ganz ehrlich, ich bin immer so auf Öko und alles drum und dran und ich bin immer Bahn vor Flug und so weiter. Aber wenn die Bahn dorthin und zurück ungefähr das Doppelte kostet, statt mit einem Flugzeug, ja dann muss ich vielleicht auch mal überlegen, ob ich da nicht vielleicht doch in den sauren Apfel beiße und sage, dann nehme ich halt das Flugzeug. Ja, nee, da hast du vollkommen recht, weil es ist sauteuer, die Bahn. Und vor allem, es ist ja dann immer so, diese Angebote, die sie da haben, hier für 29 Euro oder so hin und zurück, da musst du aber schon ein halbes Jahr vorher buchen, um diesen Preis zu bekommen. Eben. Also ich glaube wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn du wirklich regelmäßiger Bahnnutzer bist, ich glaube, dann kannst du schon sparen über hier diese Bahncards und was es da nicht alles gibt. Ja, dann hast du halt diese Bahncard, da zahlst du einen ordentlichen Preis im Jahr, aber dann musst du dir auch wirklich viel benutzen. Ja eben, genau. Also irgendwann muss man vorsichtig sein, nicht dass Bahnfahren irgendwann so teuer wird wie Kino, weil dann ist es vorbei, sage ich dir. Dann ist es vorbei. Oh, 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 das geht ja mal gar nicht. Ich habe übrigens gestern, gestern habe ich mich gefühlt wie damals so, wo wir so ganz krass Counter-Strike und Day of the Feet und sowas gespielt haben. Ich hatte meinen Bruder angesprochen und sagte, Mensch, du bist doch gerade Koronski zu Hause, bist gerade so ein bisschen in Quarantäne. Nein, dein Bruder. Ja, ja, genau, den hat es auch erwischt, aber alles gut. Super, super. Und dann meinte ich, ey, wollen wir uns nicht mal wieder online treffen zum Zocken und so weiter? Dann meinte ich dann so, Mensch, wir könnten entweder NHL spielen oder lass uns doch hier Call of Duty Vanguard Ballerspiel machen. Und einfach mal wieder so ein bisschen, einfach mal just for fun. Und dann haben wir gestern, Tatsache, wir haben uns zusammengeschlossen. Wir haben da unseren eigenen Clan ja mittlerweile gegründet. Also total unnötig, aber wir beide haben halt einen Clan. Der nennt sich BB, steht für Backstreet Boys. Und dann spielen, wir machen es immer so, wir beide spielen einfach nur gegen Computer. So, ja, also wir holen uns da immer irgendwelche KIs rein und so und spielen gegen die. Und da haben wir gestern, wir hatten eine kurze Unterbrechung, weil ich nochmal einkaufen und er dann auch essen musste. Aber ich glaube, wir haben sechs Stunden oder sowas da einfach nur rumgeballert. Ich dachte mit einmal, Keule, wo ist die Zeit hin? Es ist ein Uhr. Wir haben am Abend gesagt, wir spielen doch mal ein bisschen. So, weißt du? Das ist... Und ich war völlig fertig gewesen. Er auch. Zum Schluss, ich so, Mike, wir müssen aufhören. Ich bin K.O., ich kann nicht mehr. Das ist so. Das können, glaube ich, Leute nur nachvollziehen, die wirklich intensiv sowas wie Shooter und so gespielt haben. Du kannst es auch nachvollziehen. Wenn man wirklich konzentriert, so eine Stunde, zwei, drei Stunden, wie auch immer, dieses Spiel spielt, du bist immer konzentrationsmäßig on fire, du bist platt danach. Ja. Ja, ich kenne das selber. Aber bei mir hat sich das halt schon relativiert. Aber sag nächstes Mal Bescheid. Ich habe Vengard auch. Können wir auch ein bisschen rumballern. Machen wir, machen wir. Also ich werde heute nach unserem Podcast, gucke ich mir erst mal Eishockey an. Dann werde ich den Podcast natürlich ein bisschen beschnibbeln und fertig machen. Und mal gucken, wenn ich am Nachmittagabend vielleicht sogar noch Lust habe, werde ich meine Calle nochmal ansprechen. Oder gegebenenfalls auch dich. Na gucken wir mal. Kannst du gerne machen. Ja, sehr schön, sehr schön. Jutti, Jutti. Ja, was war das eigentlich vorhin für eine Sache hier? Wie hattest du mir das gesagt, wo wir außerhalb des Podcasts nochmal ganz kurz gequatscht haben, weil es ein technisches Problem gab? Aber der Ivan, der Igor greift uns an. Ja, weiß ich nicht. Ja, genau. Also Igor greift dich regelmäßig an. Das Gefühl habe ich. Du willst es bloß nicht einsehen, dass dein kleiner Schlaubsaugerroboter dich da internetmäßig angreift. Nein, kleiner Spaß. Igor, besser Mann. Igor. Bester Roboter. Ja, genau. Und zwar, da wollte ich nochmal fragen. Vielleicht du bist ja hier IT-Experte, zumindest aus meiner Sicht. Du bist IT-Fachmann, Administratoren, Mensch und überhaupt. Und immer, wenn ich quasi eine Frage in diesem Bereich habe, dann gehe ich halt auf Robert zu und sage mal, so sieht es denn hier eigentlich aus. Und in dem Zusammenhang, ich habe die Meldung gesehen, das war jetzt vor zwei Tagen irgendwie, dass ich die Nachricht bekommen habe, dass hier das Bundesamt für Sicherheit, IT, blablabla, gesagt hat, naja, passt mal auf, wenn ihr Kaspersky nutzt, also es ging in erster Linie an Firmen, an Unternehmen, an Regierungsapparaten, denen wurde das schon unterbunden, dass die quasi das nicht mehr nutzen sollen, weil die befürchten, oder es ist nicht auszuschließen, haben sie gesagt, dass eben Kaspersky unter Umständen gezwungen wird, ja, Hackerangriffe durchzuführen. Privatpersonen, hieß es, sollen wahrscheinlich weniger im Fokus stehen, die müssten sich im Prinzip eigentlich keine Sorgen machen, so haben sie es dargestellt, aber könnten natürlich trotzdem Opfer werden und könnten quasi kollateral schaden werden. Deswegen war meine Frage an dich und vielleicht kannst du das ja auch nochmal für die Leute kurz nochmal sagen, wenn man jetzt Kaspersky, sei es auf dem Computer oder auf dem Handy nutzt, und redest du sofort dazu, da einen Wechsel zu machen und wenn ja, wie? Naja, also es ist halt immer so ein Ding, gerade so eine Sicherheitsfirma, da gehe ich jetzt nicht stark davon aus, dass die versucht, euch zu, oder die, die das benutzen, sofort zu hacken. Es geht eher eigentlich darum, dass Kaspersky halt eine russische Firma ist und die gerade boykottiert werden soll, weil, wie alles in Russland, wo ich eigentlich immer noch so ein bisschen überlege und denke, warum, warum eigentlich? Weil, ähm, die Leute, die in Russland wohnen, die können doch dafür nichts, für diesen Krieg. So, naja, egal, hängestellt. Nein, es geht wahrscheinlich eher darum, dass das BSI warnt, weil es eine russische, ähm, Firma ist und ich habe auch auf einer Seite gelesen, wenn du ein politisches Statement setzen möchtest, dann deinstallier Kaspersky und sowas in der Richtung. Aber als Alternative kann ich dir, ähm, definitiv den Windows Defender empfehlen. Der wird ab Windows 10 mitgeliefert, kostenlos. Also jetzt für den Computer? Genau. Ich glaube, den gab es damals schon in 8 oder 8.1, da war der aber noch nicht so ausgereift, weil Microsoft dann erst so in dem Übergang zu Windows 10 Millionen, Millionen in die Entwicklung von Defender reingesteckt hat. Und Defender ist jetzt wirklich so wie eine normale Software, die du auf dem Markt bekommst. Wirklich. wenn Kaspersky runter, dann nimm die Windows Defender, damit wirst du glücklich. Okay. So, dann hattest du mich ja nochmal gefragt, wegen Android-Geräten. Also auf meinem Android-Gerät habe ich nichts. Okay. Also um wirklich, um wirklich, also da werden schon ein paar andere Sicherheitsmechanismen greifen, auch vom Browser her. Aber ganz ehrlich, wenn du da dir irgendwas einfängst, dann hast du das schon, weißt, wusstest du eigentlich, wenn du auf diese Seite gehst, dass du da bei dir was einfängst. Weil es ist, wenn du, bei Android ist es schon schwieriger. Aber, ja gut, okay, also auf was für Seiten surft man dann so? Bild.de, okay, gefährlich, Google, Pornos. Ja, sofort, sofort, sofort Bild.de, die hacken dich sofort. Genau, die Pornos, die bringen dir den Ärger ein. Ja, es kommt aber darauf an, wie tief du halt ins Internet reingehst oder so, weißt du? Wenn du jetzt halt noch bestimmte Seiten dir anguckst, ich will jetzt nicht so tief reingehen, aber es gibt halt bestimmte Seiten, die darauf aussehen, dann musst du bloß draufklicken. Es ist ja genauso wie mit, wie werden die, wie werden die ganzen Leute dazu gezwungen, dass die Microsoft Firmen, also diese Supporter, oh sorry, das habt ihr jetzt nicht gesehen, Anführungsstriche, Microsoft Supporter, die anrufen und sagst, wie kommen die, meistens ist es ja so, sie rufen dich an, sagen, ich bin von Microsoft mit einem schlechten indischen Englisch und ja, wie kommen sie an deine Daten, die sind irgendwie mal ins Internet gekommen oder du gehst auf irgendeine Seite und wirst durch ein JavaScript angehalten, dass du nichts mehr schließen kannst und dann hast du dann eine Telefonnummer, die du sofort anrufen sollst und dann kommen die auf deinen Rechner, verschüsseln deine Festplatte und das war es dann. Da hatten wir auch irgendwann schon mal drüber gesprochen, da ging es hier um Jim Browning und was wir da nicht so als Beispiele genannt hatten. Ja, genau, 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 das ist schon ultra interessant, wie die das machen, aber auch ganz ehrlich, auch ein bisschen, also wer darauf reinfällt, also entweder ist das ein älterer Mensch und den muss man davor einfach auch ein bisschen schützen und vielleicht auch mal ein bisschen aufklären, aber teilweise denke ich mir dann auch so, Leute, alle Anzeichen stehen da auf, mach den Scheiß nicht, so, weißt du, aber gut, aber um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, das war nämlich auch mein Gefühl so ein bisschen, oder was heißt mein Gefühl, die Frage, die ich mir gestellt habe, warnt man jetzt wirklich davor, wenn man Angst hat vor irgendwelchen Aktionen, die glaube ich auch gar nicht so krass unberechtigt ist, weil wenn man schon, sagen wir mal, im Konflikt miteinander steht, dann glaube ich, wenn du Hacker hast bei dir in deinem eigenen Land, wirst du die auch akquirieren unter Umständen. Und wenn es bloß erstmal nur zur Analyse ist, oder ob es nicht eher darum geht, hier in dem Fall wieder sozusagen Russland-Bashing zu machen. Und da ist mal ein Thema, was ich an der Stelle nochmal ganz, also das ist wirklich, das ist mir so, Robert weiß das, ich hatte letztens da schon mal so einen komischen Instagram-Post vorbereitet, den haben wir dann aber auch wieder verworfen, also ich auch, weil ich gedacht habe, das ist ja, da müssen wir jetzt auch nicht nochmal reinschlagen in die Kerbe. Zumal wir jetzt hier nicht der Maß sind, der Standard oder wie auch immer, aber eine Sache ist mir wirklich so hardcore und geht mir so extrem gegen den Strich, ist das nicht Russland-Bashing, sondern das Russen-Bashing. Ich finde das so furchtbar, was da jetzt teilweise schon passiert ist. Das heißt, dass zum Beispiel Läden, also nehmen wir mal hier unseren Bereich Deutschland so, da sind ein Beispiel wieder gewesen, irgendwo da beim Bericht, so ein kleiner Russland-Shop sozusagen, der einfach von Russen betrieben wird. Es ist noch nicht mal, dass der da groß drauf schreibt, wir sind der Russland-Laden oder so, sondern die sind einfach von Russen betrieben, die Leute wissen das, das spricht sich rum, wie auch immer und die haben nur Probleme. Die Wände sind beschmiert, die Fenster werden eingeworfen und alles drum und dran und dann wird ein Mörder herangeschrieben an den Dingern und so weiter und die werden interviewt dann im Sinne von, also die werden halt interviewt und du siehst halt, wie fertig die sind und wie kaputt die sind und ein anderes Beispiel war, und das hat mich wirklich schockiert, da war ein kleiner Junge, der ging zur Schule, der war vielleicht zweite Klasse oder irgendwas und wie es halt so ist, Kinder haben manchmal so Lieblingsklamotten und da stehen Sachen drauf und die wissen noch nicht, was das zu bedeuten hat. Die tragen das einfach, weil sie das schön finden oder so und dann ist er dann eben, der hatte dann eben so eine Russland- und so eine Russia-Jacke an, so die du ganz ehrlich, wenn du durch Berlin gehst, also jetzt vielleicht gerade nicht mehr, aber gegangen bist normalerweise, hast du die immer mal irgendwo gesehen, weil das so ein Modeding ist, wie Paris Saint-Germain-Klamotten zu tragen und der kleine Junge wurde in der Schule fertig gemacht, der wurde gemobbt und der kam nach Hause und der Vater hat mit Tränen dann im Fernsehen berichtet, sagte, mein Junge kam nach Hause und hat gesagt, die in der Schule sagen, er sei ein schlechter Mensch und er sei ein Mörder, ein sieben-, achtjähriger Junge und das sind so Dinge, wo ich mir denke, ey Leute, ganz ehrlich, denkt doch einfach mal so ein ganz kleines bisschen nach und hört auf mit diesem Blödsinn, also das hat mich echt getriggert da an der Stelle. Ja genau, genau, das ist halt wieder dieser Punkt, gebe ich dir vollkommen recht, die Leute, die damit eigentlich nichts zu tun haben, selbst das normale russische Volk in Russland, in Russland, die haben kaum damit zu tun, es ist wirklich bloß diese eine Despot, der gesagt hat, wir reisen da jetzt hin, also reisen ist gut gemeint, wir fallen da jetzt einfach rein und versuchen dieses Land einzunehmen, das ist doch der Punkt. Ja also man muss das einfach klar voneinander trennen. Laut dem, was ich mal gehört habe, sollen sogar viele russische Soldaten, die in die Ukraine gefahren sind, dem wurde nicht gesagt, dass sie jetzt ins Krieg gehen, sondern es ist einfach nur Manöver. Ja ja, das ist, ja, das ist, Das ist jetzt wieder, das muss man sagen, das ist wieder so eine Info, weiß ich nicht, ob die wahr ist oder nicht. Muss man, aber das ist das, was man halt hört. Ja ja, genau richtig, also deswegen, also mir war das einfach bloß mal wichtig, ich wollte das hier einfach nur noch mal kurz untergebracht haben, weil das hat mich extrem gestört. Ich habe das, ich habe das auch selber schon festgestellt, im Gespräch auch mit Kollegen oder mit Bekannten oder so, dass dann auch teilweise ganz schnell schon mal die Tendenz, ja, der Russe dann quasi gesagt wird und die russischen Menschen und so weiter, wo ich dann immer so auf die Lippe beiße und mir dann eigentlich denke und es auch teilweise schon gesagt habe, also ich mag dich und so weiter und so fort, aber das ist jetzt so ein, du vermischst jetzt irgendwie deine Emotionen hier mit eigentlich mit deinen normalweisen sehr rationalen Denken und das macht dann mal ein kleines Break so ungefähr. Also wann hat dir ein Russe mal was Schlimmes getan? Vor allem was ist es mit denen, die hier vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen sind, die sind jetzt auch wieder, die sind auch daran schuld oder wie? Ja, das sind genau diese Menschen, die jetzt auch in so einer Problematik dann drin stecken. Ja, aber das kann nicht sein, dass man das so pauschalisiert. Das ist totaler Quatsch, also ich verstehe das einfach nicht. Aber Punkt ist ja gemacht, was ich super interessant finde aber irgendwie, ist, wenn man jetzt schon mal sieht, also wenn man sich das mal so anguckt, wie dieser Konflikt, dieser Krieg vonstatten läuft, man sieht jetzt schon verschiedene Mechanismen, warum verschiedene Sachen sind schon, werden schon ein bisschen klarer. Also was ich zum Beispiel super interessant finde einfach, also nur aus der beobachtenden Sicht so ein bisschen, ohne jetzt groß eine Wertung zu machen, aber man sieht auf jeden Fall, der Putin hat sich hart verzockt, was so das Standing oder er hat glaube ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass die westliche Welt und alles drumherum war von China abgesehen, dass die so zueinander stehen und dass die so miteinander quasi ins Gespräch gehen und sagen, okay, wir sanktionieren jetzt dieses Land komplett. Ich finde ultra interessant, wie hart offensichtlich die russische Wirtschaft jetzt nach vermeintlich kurzer Zeit schon getroffen ist. das ist eine sehr, sehr interessante Sache und ja, und eines muss man glaube ich wirklich sagen, ich glaube, man denkt ja immer, okay, wenn Russland so ein Land wie die Ukraine angreift, die Ukraine ist glaube ich flächenmäßig doppelt so groß wie Deutschland, aber Russland hat, weiß ich nicht, ich hatte letztens irgendwie die Zahl gelesen, ich glaube 1, irgendwas Millionen Soldaten da irgendwie in ihren eigenen Reihen und da waren ja irgendwie 200.000 da an der Grenze oder so, jetzt alles Halbwissen hier, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber man hat ja schon gedacht so ein bisschen, ja okay, die werden die relativ schnell überrollen und dann siehst du aber schon, okay, alles klar, da sind offensichtlich echt mal militärische Fehler gemacht worden, die jetzt die ganze Welt sieht. Ja, 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 naja. Ja, ja, okay, alles klar. Jüt, ähm, anderes Thema. Danke, danke, Teamwechsel. Alles gut. Reicht, reicht jetzt. Alles gut. Auch wenn es doof klingt, aber es wird halt schon sehr viel breit getreten in der freien Welt. Ja, und wir wollen ja jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ein paar Sachen wollte ich nochmal loswerden. Haben wir jetzt gemacht, ähm, wie sieht es denn aus, Robson? Ähm, wollen wir mal ein bisschen unsere Daily-Kategorie, also Two-Weekly-Kategorie abarbeiten? Ja, genau, also, wir haben ja den eigentlich den heute, den 22. März, so, da ist wieder einiges passiert, einiges. Ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach mal hier so ein bisschen, äh, raushauen, was da so passiert ist. Lass krachen, Digga! Lass krachen! Ja, 1935 vom Berdiner Funkturm wird das erste reguläre Fernsehprogramm der Welt ausgestrahlt. Cool, oder? Das ist geil, das war, ich hab's jetzt auch für Reichstags, was mach ich denn hier? Ähm, Reichssendeleiter, genau, Eugen sowieso, also Paul Nipkow hieß wohl, dieser Fernsehsender, und fand ich auch interessant, also in Berlin offensichtlich vor 87 Jahren das allererste Fernsehprogramm, guck mal an, wusste ich auch nicht, naja, bitte. Ja, gut, äh, dann am, Was war das jetzt? Ja, ich hab jetzt keinen Übergang, alles gut, okay. dann der Deutsche Bundestag beschließt, das Vorjährigkeitsalter von, äh, ab 1. Januar 1975 von 21 auf 18 herabzusetzen, also so, so lange ist das auch noch gar nicht her, dass das man ab 18 schon als volljährig galt. Ja, wusste ich auch nicht, ich hab lustigerweise genau die beiden Sachen auch aufgeschrieben für mich und, ähm, ich dachte auch immer, ja, 18 wird wahrscheinlich schon, naja, seit damals so, keine Ahnung, ähm, du hast recht, ist 48 Jahre lang, vorher waren wir wie in Amerika, 21, naja. Ich hab noch zwei Sachen, und zwar 1989, das wirst du wahrscheinlich auch aufgeschrieben haben, und zwar, nein, hast du nicht aufgeschrieben? Nein. Nein? Torwart, äh, Eishockey-Torwart Clint Malachuk, die Aktion, das war krass, ja. Ähm, der ist halt mit einem Gegner zusammengestoßen und da wurde halt mit dem Schlittschuh seine Halsvene aufgeschnitten. Äh, er hat das, er hat das, äh, überlebt und, ähm, ja, eine Woche später stand er halt wieder auf dem Eis. Das, das, das sind Männer, das sind richtige Eishockey-Spieler, also Eishockey-Sport, also guck dir mal an, ein Fußballer, ja, Neymar, der wurde nach drei Wochen wo der sich noch rumrollen. Nein, das war natürlich eine extrem krasse und gefährliche Situation und, ähm, bei YouTube kann man sich das angucken, ist allerdings nicht ganz so zu empfehlen, weil, also, das, das, das war sehr blutig. Das war sehr blutig, aber Gott sei Dank hat der nicht überlebt, ey. Genau, und dann, äh, also am 22. März 1994, wurde das Holocaust-Drama von Steven Spielberg Schindersliste mit sieben Academy Awards ausgezeichnet, also, ähm, Oscars, einfach, äh, sieben Stück und davon sogar in der Kategorie bester Film. Muss man gesehen haben. Schindersliste gehört in jeden Schulunterricht. Ähm, ich hab nur noch eine Sache, äh, und zwar, äh, liebe Grüße auch an meinen Papa, der wird sich darüber auch freuen, also zumindest, dass wir das mal mit reingenommen haben. Ist ja auch geil. Heute vor 59 Jahren, 1963, in Großbritannien erscheint die erste Langspielplatte der Beatles. Please, please me. Also Langspiel. Das, das, das hab ich übersprungen. Langspielplatte, muss man vielleicht noch erklären, für die jüngeren Leute, ähm, ist halt, äh, so ein Gerät gewesen. So ein, so ein, so ein Ding. Axel, Axel, man brauchst du gar nicht mehr erklären, weil die Vinyl ist ja heute wieder voll in. Ah, stimmt, alles kommt wieder zurück, war? Alles kommt wieder zurück. Auch die CD wird wieder zurückkommen. Minidisc aber, glaube ich, da brauchen wir als Kingkopf mehr machen, das wird nicht mehr kommen. äh, genau, so, und dann kommen wir zu den Geburtstagen, oder? Gerne. Heute, heute viele, viele Geburtstage, viele Geburtstage. Komm, machen wir hinterher dann weg. Zack, Zack. Eick, mal, Donner einfach mal durch. Ja, 1931 geboren, William Shatner, Captain Kirk natürlich, äh, dann 1941, Bruno Gans, kennt man unter anderem, ist ein Schweizer Schauspieler, kennt man unter anderem, aus der Untergang. Als Hitler. Hat er dort den Hitler gespielt. Dann 1950, Hugo Egon Balder, wer kennt ihn nicht, äh, bis heute aktiv, ähm, Schauspieler, Kapitalist, eigentlich ist der Kapitalist, Alter, der ist doch einfach Komiker. Ja, er ist so Showmaster, lustig, war Tutti Frutti, genial daneben und so weiter. Tutti Frutti, das war, oder, oder, alles nichts ohne mit Heller von Sinn, na, das hab ich geliebt. Das hab ich nie gesehen, aber ich weiß, dass es, dass es gab, ja. So, und dann 1970, Anja Kling, deutsche Schauspielerin, und 1976, äh, Reese Witherspoon. Was ist dein Lieblingsfilm, spontan? Was ist spontan dein Lieblingsfilm mit Reese Witherspoon? Äh, 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 keine Ahnung. Also ich fand ja damals ganz lustig, also da war halt noch selber so, äh, halb Teenager, so gefühlt, eiskalte Engel fand ich sehr, sehr gut. Übrigens damals mit ihrem heutigen Ehemann, äh, hier, äh, Philipp, oder Philipp, wie man den ausspricht. Philippi oder keine Ahnung. Ja, und was ich aber sehr, sehr geil fand, den Film, ähm, das war hier an der Seite von Joachim Phoenix, jetzt noch gar nicht so alt, Walk the Line, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja, die Story über, äh, oh Gott, wie hieß der? Äh, Johnny Cash. Ja, genau, also wirklich ein sehr, sehr guter Film. Ne, mehr hab ich auch noch. Mehr hast du nicht? Gut, machst du heute die, die, ähm, Gedenktage? Kann ich gerne machen. Also mit dem ersten Tag kann ich mich überhaupt nicht identifizieren, weil ich hasse die. das ist lecker, das ist lecker. Ach du, komm, hör auf. Äh, das ist richtiger Müll, aber gut, in den USA, wir lieben Brokkoli Tag. Brokkoli ist für mich ein, ist ein Totding, also, bleh, schmeckt. Brokkoli ist geil. Isst du, Blumenkohl? Nein. Okay, gut, dann, dann. Hat sich das alles schon erledigt. Du hast ja gar keine Ahnung. Ja, natürlich, ich hab keine Ahnung, genau. Ähm, internationaler Tag der Seehunde haben wir und dann haben wir heute noch, und mit dem Tag kann ich mich sehr gut identifizieren, auch in den USA, der Tag des Faulenzens, ja. Ähm, ich habe schon in meinem Leben viel gefaulenzt, viele Stunden mit Faulenzen verbracht. Und, vor allem, vor allem der Name, der hört sich voll geil. National Goof of Day. Hey, mega gut, mega gut. Und, äh, dann ist heute, und das ist, was dann auch mal vielleicht ein bisschen interessanter ist, heute ist der Weltwassertag von der UNO, seit 1993 gibt es den, und der ist quasi inhaltlich quasi so eine Art direkte Fortsetzung des am 21. März, also gestern, stattgefundenen internationalen Tag des Waldes. Ähm, generell, Wasser sollte generell kostenlos sein. Und nicht wie andere Firmen, Entschuldigung, dass ich jetzt die Firmen sage, wie Nestle das teuer verkauft. Da, da, ja, also das mit Nestle, ich habe das vor nicht allzu langer Zeit, ich bin noch nicht sehr tief reingegangen in die Materie, aber ich habe mal so eine kurze Doku mal darüber gesehen, was, was, was Nestle eigentlich für einen Big Player ist und für einen, äh, sehr, äh, sehr fragwürdigen Sachen, also sagen wir mal, Nasser, Nasser, muss man kurz mein Kopf aufs Mikrofon schlagen. Ein Nasser Tag. Ja, genau, also wirklich Wasser eigentlich nimmt, das abfüllt in der Flasche, Etikett drauf klebt und dann das Geld verkauft. So schlussendlich. Ja, genau, äh, ich weiß nicht, warte mal, die Firma Vitell gehört doch auch zu Nestle, oder? Kann sein, ja. Weil du das gar nicht trägst. da ist es sogar so, dass, äh, Vitell, ähm, oder andersrum, wie war denn das jetzt? Genau, dass Vitell in Deutschland ab Sommer gar nicht mehr angeboten werden soll, weil das Grundwasser in der Stadt Vitell, äh, schon stark gesunken ist. Ach, Vitell ist eine Stadt? Ja, das ist genau, das ist auch eine Stadt. Ja, okay, alles klar. Aber, aber so gesehen, Vitell soll es ja nicht mehr in Deutschland geben, aber in allen anderen Ländern. Okay, also ich bin, äh, ich bin Team Spreequell, sag ich ganz klar. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass da irgendwie Nestle auch noch irgendwie seine, seine, seine Furt mit drin hat, aber, ja, Regional, Supporter, Spreequell, mein Ding. Sehr schön. Ich freue mich schon auf unsere Top 3 heute, die wären schmerzhaft. Mit, 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 mit Bums oder ohne Bums? Äh, bei mir, ich trinke gerne mit Bums. Ah, ohne Bums ist besser. Ja, ohne Bums, ja, aber mit Bums mag ich, ich mag, ich mag es, wenn es prickelt auf meinen Bauchnabbel. Weißt du? Sehr schön. Ja, so in etwa. Ich freue mich heute schon dicker auf unsere Top 3. Ich bin mal sehr gespannt, was du da hast. Es wird eine sehr schmerzhafte Top 3. Da kann vielleicht jeder, also, wir wollen mal gucken, ob da jeder mitgehen kann. Wir haben, wir haben ja hier was ins Leben gerufen, in Anführungsstrichen, und zwar mit unserem Chefkritiker Georg, der, ja, genau, der, der, der uns ja immer wieder Feedback gegeben hat, und dem wir gesagt haben, komm, dann mach das ganz offiziell hier im Rahmen einer Rubrik. Ich starte einfach mal noch den, den Standard-Jingle, den wir jetzt bisher hatten, und dann gucken wir mal, was der Georg zu sagen hat. Moment, Moment, du hast den Jingle immer noch nicht gekürzt? Nein, ich will erst mal auf den Kritiker warten. Ich muss erst mal gucken, was der Kritiker sagt. Der Kritiker hat auch gesagt, dass das zu lang ist. Sag mal, warum verrätst du denn das jetzt schon? Ach, ach, das war in dieser Nachricht mit drin. Verdammt, das kommt davon, wenn ich die Nachrichten schon vorher gehört habe. Deswegen, also, ab geht's. Hören wir mal rein, was der Chefkritiker zu unserer letzten Folge zu sagen hat. Bitteschön. Yeah, yeah. Ey Robert, ey Axel, jetzt passt mal auf. Der Georg-Chefkritiker, der hört euch die ganze Zeit zu. und kriegt jetzt einmal 60 Sekunden, um euch die Meinung zu geigen. Moment, 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 bevor du das jetzt abspielst, können wir das, ähm, erstens, man weiß, dass du das aufgenommen hast. Was? Und zweitens, wie oft hast du das versucht und wie oft sind die Nachbarn vorbeigekommen und haben gedacht, da werden Tiere geschlachtet? Alleine schon bei diesen zwei hohen Tönen. Ich werde mich dazu nicht äußern, ja, das ist mein Produktionsgeheimnis, wie das hier vonstatten geht und unter welchen, äh, Dingen, die stattfinden. Ähm, hat aber Spaß gemacht. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass du dir da irgendwie schmerzhaft die auf dem C, äh, gedonnert hast oder so, damit du so hoch kommst. Oh, sind wir hier schon bei den Top 3? nicht schlecht. Na, gucken wir mal, was der Georg zu sagen hat. Bitteschön. Moin, moin, hier ist der Chefkritiker. Vielen Dank, dass ich erneut nur 60 Sekunden bekomme. Ach, was sage ich, ich will gar nicht mehr. Immerhin darf ich ja eh nur noch Negatives äußern, aber wenn man Pöbeln fordert, muss man eben auch selber liefern. Da findet ihr endlich ein Thema mit unterschiedlichen Ansichten und dann werde ich beauftragt, euren Streit zu führen. Über Wäschetrockner. Das nenne ich mal Meinungsfreiheit. Hättest du auch Pressesprecher am Kreml werden können? Was soll's, let me entertain you. Ich muss mich aber ganz klar auf Roberts Seite schlagen. Wäschetrockner sind bei mir so sinnvoll wie Solarien. Warum für etwas bezahlen, das es kostenlos gibt? Ich erinnere mich noch an meine Großmutter. Da gab's noch echte Waschküchen. Eine Handvoll Waschmaschinen im Keller für das ganze Haus. Da kam die Wäscher noch raus und tropfte. So starke Schleudern wie heute, das gab's damals noch nicht. Und liebe Generation Z, Achtung, es gibt was zu lernen. Manch einem von euch sind vielleicht solche parallelen Stangen auf irgendeinem Hinterhof schon mal aufgefallen. Das sind keine Folterinstrumente. Das sind die Trockner des 19. Jahrhunderts. Seinen rosa Schlüpfer will man da natürlich nicht aufhängen. Aber es gibt ja auch Wäscheständer für daheim. Die Klau, die kenne ich nicht. Aber für Familien mag ich meine Kritik auch noch abmildern. Bei mehreren Personen und vor allem kleinen Teufeln fällt nun mal mehr Unrat an. Da mag ich's ja noch verstehen. Ich hab auch zwei Kinder und mit zwei Wäscheständern kommen wir selbst im Winter aus. Aber im Ein-Personen-Haushalt, statt also Rohstoffe für Herstellung und Transport der Maschinen zu verballern und Strom zu produzieren, damit das Ding läuft, kann man seine Wäsche vielleicht auch einfach mal in die Sonne hängen. Und komm mir jetzt nicht mit, dann wird's nicht so weich. Man kann seine Kleidung auch ausschütteln. Einfach mal ein bisschen eher waschen und aufhängen, als du warten, bis der Korb überquillt. Kurz zur Folge, mein Intro geht mal gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Schön, dass er sagt, kurz zur Folge. Also zum Schluss kommt er nochmal inhaltlich rein. Geht mal gar nicht. Ey, ich... Pass auf. Kannst du mal kurz einen Klatschen machen, weil ich find das super. Ich find das absolut... Nee, das mach ich jetzt nicht. Das mach ich aus Prinzip jetzt nicht. Ich hab jetzt hier hoheizgebiet. Also ich find es super, dass Georg alleine da schon so zustimmt ist, weil ich find das Ding total... So, das muss reichen. Danke. Nein, das war, find ich wirklich super, dass er halt auf meiner Seite ist. Aber warum sollen wir uns darüber streiten? Weil es steht sowieso fest. Wir haben uns schon darüber diskutiert in einer anderen Folge. Ja, ja, nee. Deswegen müssen sie jetzt nicht nochmal von Null aufkauen. Aber... Nein. Der Standpunkt ist klar, eure Argumente greifen in meiner Welt. Ja, in meiner Welt nicht. Und ich sage euch, wenn wir hier nochmal das zum Thema machen, dann hol ich mir die Claudi hier ran und die gibt euch mal richtig. Die gibt euch mal richtig. Das hat Georg aber auch selber schon gesagt. Bei Claudi versteht er das ja. Nein, sie versteht mich zum Beispiel. Aber nicht bei dir. Sie versteht mich auch. Egal. Nein, da versteht keiner, warum du so einen Trockner holst. Aber nicht schon überhaupt, Georg. Georg, wenn du so ein Ding hier aufnimmst, jetzt muss ich mal ein bisschen in den Püppelmodus, hat er ja gefordert, war? Ich tue jetzt mal so, als wäre ich gerade aufgebracht. Und überhaupt, Georg, wenn du so einen Scheiß, dass du hier aufnimmst, ja, so einen Scheiß sagst, guck mal, dass deine Kabeleider in deinem wunderschönen neuen Mikro richtig dran sind. Das piept die ganze Zeit im Hintergrund, ja? Da musst du mal reinhören. Das ist ein Ding, die musst du nämlich auch erst mal noch lernen, ja? Übst du gerade Kritik an unseren Kritiker? Ja, definitiv. Dann habe ich auch noch eine Kritik an unseren Kritiker. hat Georg wunderschön abgelesen, was er da erzählt hat. Sehr schön. Ach, herrlich. Warte mal, ich gucke gerade mal was. Ich hatte hier nämlich was. Ich habe ganz spontan ein neues Jingle. Ein neues Jingle für diese Rubrik und ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Und zwar, Achtung, das war der Chefkritiker. Ach, der war so plump, Axel. So plump. Ja, egal. Auch in meiner Welt. Guck mal, ihr müsst alle mal in meiner Welt, ich bin ein sehr einfacher Typ. Ich bin ein bodenständiger Typ. Ja, ich esse auch die Stulle mit Jagdwurst. Da muss nicht noch Kaviar oben drauf. Das muss reichen. Oh Gott. Oh Gott, das ist sehr nice. Sehr schön. Ich wollte ganz gerne, bevor wir zu den Top 3 kommen. Axel, 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 ist sein Kaviar nicht auf dem Brot, sondern unter der Wurst. Übrigens ein kleiner Lifehack. Ich hatte letztens, irgendwie habe ich mich mit einer Kollegin unterhalten und wir hatten irgendwie das Thema Hackepeterbrotchen. Und da meinte sie dann so, ach ja, sie liebt es auch immer schön, dann oben Zwiebeln drauf. Aber blöd ist halt immer, die Zwiebeln, die rutschen dann immer so runter. Dann habe ich ihr ein Lifehack gegeben, weil das Problem hatte ich als Jugendlicher auch und bin auf die einfache Idee gekommen, die Zwiebeln unter das Fleisch. Das ist voll krass. Ey, jetzt ohne Scheiß. Robert, jetzt lass das nochmal wirken. Ich habe gerade so einen leichten, erotischen Hackepeter und so weiter. Hören wir nochmal zu und mal gucken, ob das was mit dir macht. Die Zwiebeln unter das Fleisch. Was ist hier heute los? Gott, das ist ein Knall, Alter. Nein, 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 macht gar nichts mit mir. Null, tote Hose. Tote Hose. Ja, okay, alles klar. Bevor wir zu den Top 3 kommen, wollte ich nochmal ein Thema angreifen. Wir hatten am Anfang schon mal kurz über ihn gesprochen. Warte, warte, lass mich raten. Wir wollen über Wäschetrockner reden, die völlig sinnlos sind. Fuck you. Und zwar über Kurt Krömer und da schon mal ein kleiner Tipp. Heute Abend, also wenn ihr die Folge heute am Erscheinungstag hört, heute Abend um 22.40 Uhr ist er zu Gast bei Late Night Berlin auf ProSIM und er war jetzt vor kurzem auch bei Stern TV und hat dort auch nochmal ein Interview gegeben und einen kurzen Beitrag, den wir vorhin schon mal erwähnt haben. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Hintergrund ist das, dass Kurt Krömer sein neues Buch jetzt veröffentlicht hat. Es ist entsprechend auf Promotur, spricht mit den ganzen Leuten und mit den Fernsehsendern. Das Buch heißt, du darfst nicht alles glauben, was du denkst und da geht er in einer wahnsinnig offenen Art, spricht er über seine Depression, über seine schwere Depression und wie er sie quasi, wie er den Kampf aufgenommen hat und was das mit ihm gemacht hat und mit seinem Leben. Sehr, sehr intime Details, also wirklich wahnsinnig. Ich hatte Gänsehaut teilweise gehabt. Ich habe es aber noch nicht ganz fertig, muss ich gestehen. Ich habe es als Hörbuch also eingelesen von ihm bei Spotify. Ich glaube, die Hälfte habe ich jetzt durch. Bin aber bis jetzt schon wahnsinnig geflasht und er spricht auch noch über seine zurückliegende Alkoholsucht und so weiter. Das spielt ja alles irgendwie ineinander mit rein und ich kann an der Stelle wirklich bloß sagen, alter Koti, ich liebe dich, ganz ernsthaft. Du bist so ein geiler Typ, du bist so bodenständig, du bist so offen und was ich da jetzt mitbekomme, ist mal wieder, ich gönne dem jedes Geld, was der zum Beispiel mit diesem Buch verdient. Das ist jetzt, einfach nur, weil ich diesen Typen als Local Guy natürlich immer unterstützen will und ich bin einfach großer Fan von Kurt Krömer, das betrifft dich ja genauso und ich finde, es ist immer, er sagt ja auch selber, es ist Teil seiner Therapie, dieses Buch jetzt auch sozusagen zu veröffentlichen und mal das alles runterzusprechen und ich habe bisher, wie gesagt, die Hälfte durch und ich bin wahnsinnig geflasht darüber und habe riesen Respekt vor diesem Mann. Ja, also ich hatte die ersten 19 Kapitel, nee, 20 Kapitel mir angehört, ich fand, also ich musste dann erstmal aufhören, ich habe bis jetzt nicht mehr weitergemacht weil ich das als extrem deprimierend fand, aber du sagtest, danach geht es dann langsam wieder etwas höher, also positiver dann, aber wie gesagt, der Anfang ist sehr, sehr, sehr deprimiert. Ja, das macht was mit einem, er holt auf seine Art, auch mit hier und da auch mal einen Gag oder wie auch immer, das kann er, ist ja ein Kasperkopf, das kann er ja nicht jetzt aufstellen, er holt die Leute so ein bisschen erstmal auf ein grundlegendes Niveau, so gefühlt, aber das macht ja gar nicht er, das macht einfach die Situation, glaube ich, und also mich hat es nicht runtergezogen in dem Moment, ich habe das nicht, wir hatten uns schon kurz darüber unterhalten, mich hat es nicht ganz so getriggert dann an dem Ende, an dem Punkt, aber ich kann es schon sehr nachvollziehen, weil wenn man reinhört sozusagen, wie schlecht es jemanden gehen kann und was das für Auswirkungen hat und wie sich das zeigt, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich das jetzt gelesen oder jetzt in dem Fall gehört habe, habe ich natürlich schon auch überlegt, ich glaube, das macht jeder, habe ich selber schon mal so eine Anzeichen verspürt, habe ich die vielleicht sogar. Ja, so ähnlich ging es mir auch. Ja. Habe da auch so eine, habe auch so ein paar Parallelen halt gesehen. Ich glaube, die sieht jeder, ich meine, das ist ja wirklich das, hat es ja auch selber, glaube ich, ich weiß nicht, ob jetzt in dem Buch oder irgendwie in dem Beitrag oder so, hat er auch mal angesprochen, das Ding ist, dass ja auch oftmals Stress und Depression, die Grenzen sind ganz, ganz schwammig so. Es gibt Leute, die haben zum Beispiel unfassbar viel Stress einfach nur und denken, sie haben eine Depression, weil sie dann vielleicht auch schon leicht eine haben. Ich bin jetzt kein Psychologe, es ist alles wirklich nur das absolutes Halbwissen hier. Aber es gibt halt so viele Menschen, die zum Beispiel dann Depressionen haben und denken, ich bin einfach nur im Stress. Und das war auch so ein bisschen, was ihn so betrifft und deswegen glaube ich, kann jeder sich so ein Stück weit damit identifizieren oder zumindest mal in sich hineinhorschen, ob man selber Anzeichen dafür hat, weil es ist nun mal eine zunehmende Erkrankung, es ist eine Erkrankung, das ist auch ganz wichtig. Und gerade in so einer Zeit, in der wir heute leben, die immer hektischer wird, immer mehr Informationen, die prasseln auf uns ein. Wenn du dann noch so wie er sozusagen alleinerziehender Familienvater von, ich glaube, drei Kindern bist, das ist schon Wahnsinn. Dann noch mit so einem Job, heavy. Ja, das sehe ich genauso wie du. Das ist schon eine extrem krasse Art zu leben. Aber er kriegt es halt hin. Er hat es halt überstanden, er hat seine, so wie er sagte, seine Depressionen überstanden und lebt jetzt auch anders, hat er gesagt. Er hat jetzt, wie er da, das kann man ruhig sagen, das hat er im Fernsehen, glaube ich, gesagt, oder hier bei dem Podcast, Hallo Matze. Oder Hotel Matze. Genau. Hotel Matze. sagt er, er hat ja jetzt auf einmal 15 Kilo zugenommen. Man sieht es ihm auch an. Er hat irgendwie so eine kleine Plauze jetzt vorne. Aber ganz ehrlich, er sieht viel gesünder aus. Ja, total. Er sieht wirklich viel gesünder aus. Er hat ja stark abgenommen. Das Krasse ist, finde ich auch, wenn man sich das so anguckt, also zumindest, bei mir ging es jetzt auch so ein bisschen so, es entsteht auch so ein Stück weit Voyeurismus. Weil er erzählt ja ganz klar, wann hat seine Depression angefangen, wann wurde sie diagnostiziert. Dann beschreibt er verschiedene auch Tiefpunkte, die auch zeitlich in Verbindung stehen mit Sendungen, die zum Beispiel er ausgestrahlt hat. Zum Beispiel bei Shea Krömer war das ganz stark. Und das ist natürlich schon was. Ich glaube, das wird auch vielen so gehen, die werden sich so eine Shea Krömer-Folge durchaus nochmal ein zweites Mal jetzt angucken mit dem neuen Wissen, wie es ihm an dem Tag ging. Und dass er dann am nächsten Tag ins Krankenhaus ist. Und, und, und. Naja, so verschiedene Dinge. Ja, man hat ja auch selber gesagt, dass er halt in der letzten Staffel, in der fünften Staffel von Shea Krömer halt schon sehr stark an der Depression litt. Und danach ging es halt, wie du schon sagtest, ging es danach sofort in, nee, warte mal, wie war denn das? Wie hat er denn gesagt? Nee, er hatte die vierte Staffel aufgenommen, war dann im, für drei oder vier Wochen in der Klinik und dann ist er wieder rausgekommen, hat die nächste Staffel gedreht und ist dann wieder reingegangen. Ja, genau. Er meinte irgendwie so, seine Arbeit hätte ausgesetzt werden müssen und er meinte eben so, die Krankheit darf jetzt nicht diese Hoheit gewinnen, so ungefähr. Ja. Und ich glaube, herausgehört zu haben, dass er auch sagt, er weiß gar nicht, ob das wirklich so der richtige Schritt war. Aber gut, ja, so war es. Ja, und nur so als Info für euch, wenn ihr das jetzt hört, ist schon die erste Folge Shea Krömer draußen. Ah. Und zwar mit Gregor Gysi. Echt jetzt? Oh, da freue ich mich aber. Der und Gregor Gysi, geiles Du, Alter. Du weißt, da gab es ja damals schon so andersrum. Gregor Gysi hat ja irgendwie eingeladen und hatte Kurt Krömer dazu geholt. Das war wirklich geil, aber ich hoffe, er gibt ihm so ein bisschen Retourkutsche gegenüber dem, was Gregor Gysi gemacht hat, weil Gregor Gysi, ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast oder noch weißt, Gregor Gysi hat ja irgendwie so einen Fragenkatalog gehabt und ist immer so hin und her gesprungen und hat dann eine Frage gestellt, Kurt Krömer hat die beantwortet und dann hat er irgendeine nächste Frage gestellt in irgendeinen anderen Themenbereich, das eigentlich gar nicht mehr da reinpasste und da wollte Kurt Krömer, ich würde aber gerne noch darüber, ach, darüber habe ich noch später Fragen, das können wir später machen. Ja, ja, genau. Gysi ist da ganz schön durch seine Fragen gehuscht und immer von den Themen gesprungen, wie du schon sagst und ich fand diesen einen Satz von Krömer in dem Fall so witzig, also das Ding heißt irgendwie, bitte missverstehen Sie mich richtig, falls ihr das mal nachgucken wollt. Ähm, wo er meinte, so Mensch, hören Sie doch mal auf, so viele Fragen zu stellen, mein Leben, wir haben gerade mal angefangen, mein Leben, das war eigentlich schon mein Leben so ungefähr. War ganz witzig, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich, wie gesagt, ich fand's halt extrem gut, ne, nicht extrem gut, aber ich fand's halt gut, aber Gregor Gysi sollte da mal ein bisschen dran arbeiten. Wir könnten ja mal Georg ausleihen. Ähm, aber nicht, ja, gut, äh, wenn Georg auch abliest, so wie er seinen Text da eingelesen hat. Dickerchen, wollen wir von, ähm, geistigen Schmerzen zu körperlichen Schmerzen kommen? Oh ja. Dann gib ihm. Top 3 Dies, das Ananas Sei dabei Top 3 Feel free Mit Robert und Axel Und vielleicht noch jemand anderen mal gucken Ja, genau, wir haben eine, äh, Top 3 uns rausgesucht. Wir hatten ja eigentlich letzte, letzte Folge schon uns irgendwie eine Top 3 rausgesucht, aber die haben wir jetzt irgendwie nicht weiterverfolgt. Die wollten wir eigentlich machen, oder? Das machen wir noch, das machen wir noch. Na, nächste Folge dann. Genau. Okay, genau, die aktuellste, äh, die aktuellste Top 3 ist halt die größten, unangenehmsten und ekelhaftesten Schmerzen, die wir bisher hatten. Und Achtung, Axel hat noch in Klammern dazu geschrieben und über die wir reden wollen. Ja, richtig, genau. Ja, ja, genau. Ich hatte das gerade in dem Moment, also das ist nicht unter meinen Top 3, mal gucken, vielleicht bei dir. Ich hatte in dem Moment gerade so ein bisschen Zahnschmerzen und dachte gerade in dem Moment so, ach Mensch, Thema Schmerzen wäre doch eigentlich mal ganz nett, komm, hauen wir mal raus so ungefähr. Ne, genau, deswegen. Du hattest, du hattest Zahnschmerzen, was hast du denn? Ich muss irgendwann, dieses Jahr ist es glaube ich so weit, meine Weisheitszähne müssen wir raus. Oh, 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 oh. gelabert haben. Es ist so geil, Alter. Es ist so witzig, was ich da gesehen habe. Ich konnte, ey, da kann ich mich stundenlang gucken. Ich habe hier zu Hause gesessen und habe Tränen gelacht. Also wirklich. Also einfach mal eingeben, so After-Narkose so ungefähr. Das ist ultra witzig. Ja, ja, da gibt es aber, das kann man sich gerne mal raussuchen. Das sind echt gute Sachen. Okay, dann fangen wir doch einfach mal an. Nö, du fängst an. Ich fang an. Na gut. Ja, du fängst an. Ich fang an. Also, die, die, die... Achso, nur noch so ein Zufo. Mir fiel es sehr leicht, das rauszusuchen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Ja, ging eigentlich. Also ich hatte schon gleich mal so eine Top 5, Top 6 zusammen und habe die jetzt entsprechend nochmal einfach nur ein bisschen umgebastelt. Also bei mir auf Platz 3, der Top-Schmerzen, die ich persönlich live erlebt habe oder die ich so haben konnte, war es ein Ereignis gewesen in der Realschulzeit. Ich bin damals auf diesen zwei Stufenbachen. Moment, warte mal ganz kurz. Ich habe hier gerade ein technisches Problem. Der Robert und seine technischen Probleme zurzeit. Ich kann gerade gar nichts mehr machen. Irgendwie bleibt mein Laptop hängen. Tja. Ich kann gar nichts mehr bewegen. Gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Wie nervös der Robert sofort wird. Das ist krass. Die müssen wir mal sehen. Ja, ich kann nichts mehr machen. Der reagiert nicht mehr. What the fuck ist hier aber jetzt los? Ne, jetzt ohne Scheiß. Ich muss meinen Rechner nochmal neu starten. Ja, okay, dann mach das. Dann speichere deine Sound-Datei ab und dann machen wir nochmal neu starten. Ah, ich komme nicht mehr ran. Ach so, geht ja nicht. Aber wir haben ja jetzt gelernt. Oh, oh, oh. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Jetzt können wir weitermachen. Oh, herrlich. Jetzt habt ihr mal live erlebt, wie jemand, der einfach Technik im Blut hat, sozusagen. Robert besteht ja aus Bits und Bytes, sozusagen, seinen Körper. und was das mit einem macht, wenn der Computer mit einem aber nicht mehr so richtig will. Das sind auch Schmerzen, die er gerade verspürt hat. Das sind auch Schmerzen. Jetzt habe ich auch noch bei der Top 3 die Nummer 2 bei mir weggeworfen. Jetzt muss ich die nochmal aufschreiben. So, jetzt halt mal die Gusche. Ich mache mal weiter. Ja, mach mal. Also, bei mir auf Platz 3. Ich war halt in der Realschulzeit. Wir hatten Sportunterricht und wir hatten diesen traumhaften Zwei-Stufen-Barren. Auf dem Zwei-Stufen-Barren haben eigentlich immer nur die Mädels quasi trainiert und wir hatten auf dem normalen Barren. Ich weiß nicht, warum. Das hat irgendwie der Sportlehrer so gemacht. Und ich war dann einer der Letzten, die dann da quasi runtergesprungen sind. Das heißt, man stand ja dann da oben drauf, unten sozusagen die untere Balken da mit den Füßen und oben. Dann solltest du dich so rüberschwingen. Irgendwie aus zwei Meter Höhe dann schlussendlich und dann unten auf der Matratze landen, lächeln und weitergehen so ungefähr. Derjenige, der vor mir gesprungen ist, der muss irgendwie entweder beim Landen oder beim Runtergehen gegen die Matte gekommen sein. Und ihr kennt das bestimmt noch, diese Sportmatten, diese blauen oder da gab es auch mal grünen, die so aneinander geklettet waren. Und da ist es ja irgendwie gegengekommen und mit einmal ist quasi, hat sich so ein Spalt entstanden, so von vielleicht fünf bis zehn, da müssen zehn Zentimeter vielleicht gewesen sein. Und genau da bin ich mit meinem Fuß rein und bin einmal komplett umgeknickt. Au, 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 au. Ja, genau. Und so ging es mir auch. Also ich hatte in dem Moment, es waren so wahnsinnig große Schmerzen. Und Ende vom Lied ist, ich war, glaube ich, ich glaube, ich war drei Monate krankgeschrieben. Ich hatte ein Haarriss im Sprunggelenk. Dahingehend noch Glück, mein Sprunggelenk war also nicht komplett durch. Es war quasi nur ganz klein, eine Haargröße quasi gebrochen. Die Bänder waren natürlich auch noch mit Leidenschaft gezogen, keine Frage. Und ja, das war ein sehr einprägender Schmerz und ich konnte lange Zeit nicht auftreten. Da war auch, fand ich auch ganz witzig. Also was heißt witzig? Damals fand ich es nicht witzig. Aber ich war ja dann auch krankgeschrieben und so. Und Vater war Arbeiten, Brüderschehen war Arbeiten oder so, oder eine Ausbildung. Und Mutter dann so zu mir so, ja du, ich gehe jetzt dann auch zur Arbeit. Ich habe dir Tee und so schon hingestellt. Wenn du willst, kannst du einfach zugreifen. Ich so, boah Mama, voll nett von dir, Dankeschön. Weil sie geht, ich stehe auf aus meinem Kinderzimmer und gehe mit den Krücken ins Wohnzimmer. Und ähm, Au. Alles gut, alles gut. Au. Alles gut. Gehe mit den Krücken ins Wohnzimmer, lege mich dann so hin und gucke auf der Couch und so. Und dann musste er den Fuß immer hochlagern. Und dann irgendwie dachte ich, oh jetzt habe ich aber Bock auf meinen Tee. Wo ist denn mein Tee? Ich sage, wo ist der denn hier? Und dann bin ich mit den Krücken sozusagen in die Küche und dann stand da der Tee. Ich so, toll. Wie machen wir denn das denn jetzt so ungefähr? Also habe ich mir dann kurzerhand die Teekanne genommen mit einem Teller, also vielleicht mit der Tasse, auf den Stuhl gestellt. Mein kaputtes Bein mit dem Knie auf diesen Stuhl und habe den Stuhl als Krücke quasi benutzt. Das muss ein so unwürdiges Bild gewesen sein. Die Aktion hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, weil ich musste ja auch wieder zurück und meine Krücken holen. Das hat wehgetan. Also das war damals eine sehr schmerzhafte Geschichte und bei mir auf Platz drei. Okay. Bei mir ist sowas ähnliches. Und zwar, ich habe, Georg wird sich da ganz gut erinnern. Und zwar in der Nähe gab es so einen kleinen Hügel, wo wir beide gewohnt haben. Und da konnte man ganz gut Schlitten fahren. So, und ich bin mit einem Schlitten, also ein Kumpel war auch dabei, also nicht Georg in dem Fall, aber jemand anders. Und lauf hoch, also will da hochlaufen und rutsch aus. So, was mache ich? Komm mit dem Fuß, also ich glaube, das war der linke, das war der rechte Fuß, komme ich dann unter meinem Körper und setze mich so auf den Fuß drauf. Oh. So. Ja. Das war schon mal übelst schmerzhaft. Ich muss mal dazu sagen, ich habe geheult. Das war damals noch so üblich. Das war damals noch so üblich. Genau. So ohne Scheiß. Ich hatte übelste Schmerzen. Und dann kommt, daran kann ich mich noch erinnern, kommt jemand an von diesen Eltern, weil die ganzen Kinder da, und dann sagt der, ja, Entschuldige, kannst du mal bitte die Bahn freimachen? Die wollen ja alle roden. So. Ich bin natürlich da irgendwie gekraucht runter. So, ich bin dann nach Hause gelaufen. Ich hatte richtig Schmerzen. Bin hoch. Zu der Wohnung im dritten Stock. Meine Mutter hat sich erst mal da halb tot gelacht. So, wer weiß, was er wie er gemacht hat. Zieht meine Schuhe aus, meine Strümpfe, und wurde gerade bleich. Denn, da ist doch so ein Querknochen drin. Und der Querknochen, den hat es nach außen geschoben. Also die Haut ist nicht gerissen, sondern wirklich nach außen geschoben. So, sie so, wir müssen deinen Vater anrufen. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. So, wir werden ins Krankenhaus gefahren. Oder halt Unfallaufnahme. Ich weiß nicht, kennst du noch, oder? Ne, 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 es war jemand anders. Ne, es war so ein Arzt, also so ein Chirurg. Der hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, das Ding ist verstaucht. So. Und, ähm, der schlimmste Schmerz war eigentlich nur, er sagte, Fuß hochlegen. Aber er muss halt, weil ich einen Spitzfuß hatte, also so richtig nach vorne, musste ich den mit Übung wieder gerade kriegen. So, aber das Schlimmste war, das war wirklich Schmerzen. Das hat Minuten gedauert. Und zwar, den Fuß oben halten und dann den Fuß runternehmen. Auf den Boden stellen. Nicht, dass die Übung war eine schlimme, sondern den Fuß von oben nach runternehmen. Das war das Schlimmste, weil dann ist nämlich das Blut durchgeschossen und das waren so Schmerzen. Ich bin fast an die Decke gegangen und das musste ich jeden Tag machen. Obwohl ich nur auf Toilette wollte oder nicht. Ich habe Toilettengänge, aber ich versuchte, so kurz wie möglich, nicht so kurz, so wenig wie möglich zu machen. Das war einfach nur so eine Schmerze. Ich konnte nicht mehr. Es war einfach, irgendwann ging es dann, weil es hat dann irgendwann nachgelassen. Aber das war so schlimm, Axel. Echt. Und ich glaube, vor allem Jackpot war, ich glaube, es hat sechs Wochen gedauert und das war so ein Tag, bevor die Winterferien geendet haben. Na super. Träumchen. Ja, das war schön. Das hat sehr, sehr weh getan. Ja, das glaube ich. Das ist auch mal so. Ich weiß nicht, wie es dir geht und die Hörer, vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, wenn man selber über seine Erlebnisse da spricht, ist das mittlerweile nicht mehr so schlimm. Aber wenn jemand anderes das erzählt und wenn dann das Wort Knochen kommt oder so, da zieht sich bei mir alles zusammen weiter. Wunderschön. Ich habe mir noch nie was gebrochen, war? Noch nie? Noch nie. Noch nie gebrochen. Boah, noch nie. Krass. Na ja, gut. Hast du, bist du ein Glücksbärschi? Ja, in dem Fall schon. So, dann erzähl mal weiter. Ja, also meine Nummer zwei ist ein prägendes Erlebnis, was auch nachhaltend noch bis heute. Und da haben auch meine Eltern damals, ja, die können sich auch noch sehr gut an die Story erinnern. Wir kamen gerade aus dem Urlaub, wieder, wir waren in einer Tschechoslowakei im Urlaub mit zwei, also zwei Familien waren wir schlussendlich, wir hatten zwei Autos. Tschechoslowakei? Mhm, damals noch. War das noch in den 80er? Nee, das Tschechoslowakei gab es, glaube ich, bis round about 93 so. Echt? Ja, naja, naja, auf jeden Fall. Wir waren dann sozusagen und mussten dann ziemlich lange an der Raste halten, weil wir, glaube ich, auch dann irgendwie, da, weiß ich nicht, ich glaube, es hatten irgendein Autodefekt oder irgendwas war. Auf jeden Fall saßen wir dann im Hochsommer da, wir Kinder, mit den Eltern zusammen und ich hatte dann, weiß ich nicht, so eine Dose Sprite oder Fanta oder irgendeine Limonade hatte ich. Und trinke dann so und merke bloß noch so mit einmal einen wahnsinnigen Schmerz. So einen Schmerz hatte ich bis dahin noch nie erlebt und habe ich bis heute, glaube ich, in der Form auch noch nicht noch mal erlebt. Und ich habe rumgebrüllt ohne Ende, mein Vater, meine Mutter ohne, haben wir erzählt, der hat noch nie so laut gebrüllt. Schlussendlich, in meiner Dose war irgendwie eine Biene oder eine Wespe. Und die, ich hatte die in meinem Mundraum und die hat mich quasi von innen sozusagen in die Lippe gestochen. Und die, der hat natürlich auch rausgeraten, die hat auch gedacht, ey, was ist denn das hier, lass mich mal bitte raus hier und jetzt steh ich mal zu, so ungefähr. Und das war ein wahnsinniger Schmerz. Ich kann mich auch nicht mehr an super viel erinnern, weil irgendwann, also ich komme gleich noch dazu, Ende vom Lied, ich glaube, mein Vater hatte mir dann das Ding dann rausgezogen, die Biene ausgespuckt und dann haben sie einen Notarzt gerufen, weil ich glaube, ich habe dann auch so ein bisschen, ja, bin dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich zusammengeklappt bin, weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall haben sie sofort natürlich einen Notarzt gerufen. Wir waren schon wieder auf deutscher Seite und mein Vater hat im Nachgang mir noch erzählt, dass er so verwundert war, dass die so schnell da waren. Also das hat wenige Minuten gedauert, dann waren die da und dann als er klar war, okay, dem jungen Mann, dem geht es so weit, okay, wir können mit dem wieder nach Hause, hat mein Vater wohl irgendwie noch so die Frage gestellt, ich muss jetzt doch noch mal eine Sache sagen, wie kann das eigentlich sein, dass die, wir sind ja hier fast noch polnische Grenze so ungefähr, dass sie so schnell hier sind. Dann sagte der dann irgendwie so oder der Fahrer oder die Fahrerin, naja, wenn wir hören, ein Kind, ein Bienenstich oder Wespenstich im Rachenbereich, sprich Atemwege, dann drücken wir auch bei 200 nochmal aufs Gaspedal. Ungefähr, ja. Und die haben mir dann dort, haben sie mir dann eine Spritze gegeben und die hat mich dann komplett ausgenockt. Das nächste, woran ich mich erinnere, ich bin am nächsten Morgen zu Hause aufgewacht, mein Gesicht natürlich komplett schön groß gewesen und ich meinte ja gerade, es halt noch nach, also mein Gesicht ist jetzt auch noch ziemlich aufgebläht, es hat aber andere Gründe. Nein, und zwar ist es da angehend so, dass ich kann zum Beispiel im Sommer, also im Winter so zu Hause alles kein Problem, aber ich kann im Sommer zum Beispiel nicht einfach so aus einer Dose trinken. Ich muss immer sehen, was da drin ist, ich halt mache mir die Dosen immer irgendwie zu oben, Zigarettenruf, Handyruf, wie auch immer und auch im Sommer, wenn ich zum Beispiel eine Flasche Bier trinke oder so, ich gucke immer vorher nochmal rein beim nächsten Schluck, ob da nicht irgendwas drin ist, ist bei mir so hängen geblieben irgendwie und ja, das ist meine Nummer zwei, also das war für mich damals ziemlich heftig und meine Eltern, glaube ich, hätten auch gerne darauf verzichtet. Ja, sowas ähnliches ist mir auch passiert. Das ist jetzt nicht meine Nummer zwei, aber mir ist eine Biene oder eine Wespe ins Ohr geflogen als kleines Kind und dann habe ich natürlich versucht zu poolen, weil das hat total genervt und dann hat die mich im Ohr gestochen. Boah, I, oh, ha, I. Das war auch nicht lustig. Das glaube ich. Das war wirklich, das hat sehr weh getan. Aber ich kann mich auch nicht mehr so dran erinnern, weil ich sehr klein war. So, meine Nummer zwei, ich glaube, das wirst du auch wissen oder auch diesen Schmerz kennen und zwar sprich da für die Allgemeinheit, weil das ist wirklich ein sehr harter Schmerz und zwar mit den kleinen Zeh irgendwo gegen Donnern. Das ist das Schlimmste, was man nur so haben kann. Das ist sogar schlimmer, als wenn man sich am Papier schneidet. Jetzt wissen wir auch, was meine Nummer eins ist. Meine Nummer eins ist kleiner Zeh gegen harte Kante, zum Beispiel Tisch. Echt jetzt? Ja. Genau, genau so wirklich. Ich habe, oh, das ist das Schlimmste, vor allem, du donnerst gegen, du merkst erst mal gar nichts, so ein, zwei Sekunden merkst du gar nichts und dann auf einmal, als ob dir jemand so richtig schön mit Anlauf ins Gesicht donnert, so richtig schön in die Fresse rein und dann denkst du dir, oh nein, das geht gar nicht und dann brichst du erst mal so, oh, das ist Schmerz, nein, ich kann nicht aufstehen und dann denkst du dir, der ist noch gebrochen und dann so fünf Minuten später ist der Schmerz eigentlich schon weg und dann so, ja, ist alles okay. Aber diese fünf Minuten, die sind brutal. Also dieser kleine Zeh gegen eine harte Tischkante, so Holz, irgendwas in dieser Richtung, ist wirklich, oh, ich glaube, das kann so viele Leute können jetzt nachvollziehen, ey, wie viele Zehen da schon gebrochen sind und auch nach außen, also diese ganzen Geschichten, die da eine Rolle spielen, das ist ein so brutaler Schmerz in dem Moment. Das ist so, als wenn einer wirklich war, mit einem Hammer auf den nackten Fuß raufhaut, auf den Zeh. Ja, genau, 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 das ist brutal. So in etwa tut das weh. Das ist also wirklich, ich weiß nicht, so ein kleiner Körperteil, aber so eine Schmerzen verursacht der. Wie kann denn das sein? Da muss die Natur auch nochmal drüber gehen, ob das so der richtige Weg war. Ja, ja, genau, das ist genau, also zweit, zweit schlimmster Schmerz nach C ist Musikannenknochen. Okay. Wenn du dir den stößt, oh, das zwiebelt im ganzen Arm. Okay. Ja, gut, na dann, na dann hast du ja schon deine Nummer 1, sorry, dass deine Nummer 1 genommen haben. nein, ich ersetze meine Nummer 1 mit etwas, was mir nicht passiert ist, aber ich werde jetzt allen Männern, das ist geklaut von Böhmermann, von Fesson Flausch, ich werde jetzt allen Männern bei mir auf Platz 1 einfach mal einen Schmerz geben, den ich selber nicht erlebt habe, aber achtet mal auf folgende Worte und lasst sie mal auf euch wirken. Papierschnitt in der Eichel. Wie kommst du mit der Scheiße jetzt? Also alleine schon, alleine schon ein Papierschnitt tut weh. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, eigentlich tut mir mehr weh, wenn ich mit einem C gegen irgendwas donner, als ein Papierschnitt. Aber wie kommst du jetzt auf Eichel? Naja, ich habe das doch nicht gesagt, das hat Böhmermann bei Fesson Flausch, die haben da ihre Top 5 und so, dann haben die vor Jahren irgendwann mal auch so die 5 großen Schmerzen gehabt und Böhmermann meinte auch, er hat das nicht erlebt, aber er möchte einfach mal diese Worte, er möchte einfach mal diese Worte wirken lassen. Papierschnitt in der Eichel. So Robert, deine Number One, ich bin sehr gespannt. Bitte nicht, bitte nicht, das ist, das ist, das ist, nee, 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 oder auch, ich weiß nicht, was damals auch zum Beispiel Klassenkameraden und so gemacht haben, ich habe das nie nachvollziehen, ich habe das nie, ich habe nie mitgemacht, die haben aus Mutprobe oder wie auch immer, zwischen den Fingern oder Zähnen sozusagen, haben die auch mit Papier sind sie dann so durchgezogen, haben sich dann quasi bewusster geschnitten, das habe ich nie verstanden. Ah, oh, oh, also, ah, okay, also es war, ja, du hast vollkommen, vollkommen recht, ich habe die Folge jetzt gerade hier offen, ja, das war Jans vierter Punkt, Papierschnitt in der Eichel. Sehr gut, was ist deine Nummer Eins, mein Lieberchen? Ah, schrecklich, ja, meine Nummer Eins, die habe ich sogar selber erlebt, wenn nicht sogar zweimal, und das ist wirklich den schlimmsten Schmerz, den ich je erlebt habe, der ist sogar schlimmer, als mit einem kleinen Zeh, äh, gegen den, äh, gegen irgendwas donnern und einen Papierschnitt in der Eichel, wirklich, ist schlimmer, wenn dir jemand mit voller Kraft in die Weichteile tritt. Das habe ich noch nie erlebt. Nein? Nein. Also mein Bruder und ich, wir haben früher natürlich auch viel geraufen, gerangelt, so zu Hause, und da, äh, weiß ich auch, dann gab es auch mal den Schlag oder so, aber so mit voller Wucht habe ich noch nie erlebt, nee. Ja, das war, äh, im Kindergarten, da hatten, damals, das waren dann auch nicht mehr meine Freunde, also davor schon nicht meine Freunde, weil ich in einer anderen Klasse war oder in der Klasse gekommen bin, und dann hieß es ja, ja, du bist in einer anderen Klasse, du bist nicht mehr mein Freund. und da hat mich dann einer festgehalten, ja, ja, wirklich, das ging damals, man konnte mich festhalten, und der andere hat mich voll in die Weichteile getreten. Boah. Ach so, da kann man doch, da sieht man doch bestimmt nur Sterne. Also, ich, ich habe, ich bin, ich bin einfach nur noch heute zusammengebrochen, weil das, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ich muss es vielleicht ein bisschen korrigieren, also, ich habe auch schon in der, äh, im Fußball zum Beispiel, damals im Fußballverein, da sind auch so eine Situation mal gewesen, oder mal einen Ball voll sozusagen auf die Klöten bekommen, und ich kann mich, vielleicht kannst du es, vielleicht ist es das, vielleicht kannst du das bestätigen. Nee, 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 habe ich auch schon. Ball in die Klöten habe ich auch schon bekommen, das ist, das ist nicht so, als wenn jemand mit voller Wucht reintritt. Oh weia, Aber du, was mich jetzt ein bisschen irritiert, du meintest, du hast das zweimal erlebt, das erste Mal quasi sozusagen zur Kindergartenzeit, und das zweite Mal war das dann irgendwie, musstest du dann wegrennen und dann Handschellen irgendwie abgefüllt werden? Nein, 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 beim zweiten Mal, ich kann mich glaube ich auch nicht mehr daran erinnern, was das zweite Mal war. Kann ich echt nicht, kann ich echt nicht sagen, aber ich glaube, ich hatte das zweimal. Also, wo ich damals, ich versuche mal sozusagen deswegen, also das aufzunehmen, wo ich damals im Sportunterricht, beziehungsweise beim Fußball, weiß ich noch, einmal da einen Ball da so richtig voll auf die Zwölf, ähm, ich weiß noch, dass ich, ich war glaube ich kurz vor der Ohnmacht gewesen, gefühlt, und das war so ein Schmerz, der hat sich durch den kompletten Körper gezogen, und das ist, ach nee. Ja, okay, dann, dann, ja, also so, ich hatte schon mal einen Ball in Weichteile bekommen, das ging, aber ja, genau so war das. Wahnsinn. Genau so war das, und das ist unglaublich, es tut einfach nur weh. Ja, das ist so. So, genug Schmerzen für heute, oder Robert? Genug Schmerzen für heute. Reicht. Top 3 Dies, das Ananas, sei dabei, Top 3 Feel free, mit Robert und Axel, und vielleicht noch jemand anderen mal gucken. Sehr schön. Ja, schön. Ich hab zum Abschluss noch was Schönes. Was hast du denn noch Schönes? Ich hab zum Abschluss noch was Schönes, das ist meine letzte Beigabe für den heutigen Podcast, ähm, und zwar, vielleicht kennt, kennt den einen oder anderen noch, also jetzt in der heutigen Zeit ist es ja so, wir haben so viele schlechte News, wir haben auch heute wieder so ein bisschen darüber gesprochen, jetzt gerade hat man Schmerzen, ähm, es ist so, vielleicht kennt ihr noch den Namen, Baba Grafati. Baba Grafati war mal Bundesliga-Schiedsrichter, und Baba Grafati hat vor, äh, was waren das jetzt, zehn oder elf Jahren war das jetzt, glaube ich, vor elf Jahren, ähm, hat er damals versucht, sich das Leben zu nehmen, das war dieser Bundesliga-Schiedsrichter, weswegen auch der Spieltag dann abgebrochen werden musste und so weiter, ähm, der wurde da irgendwie schon davor viermal zum schlechtesten Schiri gewählt, von, also so, so dummen Dinger, weißt du, und, ähm, von den Fans entsprechend auch fertig gemacht, und ja, der hatte damals versucht, sich das Leben zu nehmen, hat zum Glück, äh, hat es nicht, äh, nicht geklappt, seine Assistenten, mit denen er zusammengearbeitet hat, ähm, die haben ihn dann gefunden und konnten auch rechtzeitig den Notarzt rufen, die ihn dann wiederum gerettet haben, und jetzt, zehn, beziehungsweise elf Jahre später, ist der Mann, äh, frischgebackener, glücklicher Familienpapa geworden, ähm, einfach, weil wir das Thema Depressionen auch vorhin hatten, und, äh, der Mann auch damals betroffen war, und er hat, wie gesagt, versucht, sich das Leben zu nehmen, und er hat es zwar versucht, aber es hat nicht geklappt, aber es ist doch irgendwie happy, sozusagen sagt man, happy end am Ende, ähm, jetzt ein glücklicher Familienpapa, er ist glücklicher und stolzer denn je, und das ist doch mal eine schöne Sache. Das ist wirklich, äh, aber irgendwie, irgendwie sagt mir der Name was, aber ich kann, ich bin, du bist da eher mehr drin als ich. Jo, ansonsten, äh, war es das heute, glaube ich, mit unserer Folge, oder hast du noch ein Thema, was du gerne besprechen möchtest? Nö, wenn du gerade richtig zugehört hast, habe ich ja gesagt, äh, äh, ich habe nur noch eine Sache für den Podcast. Ja, hätte, hätte ja sein können, dass du dir dann jetzt doch eine Sache, eine Sache, eine Sache habe ich noch, Robert. Ah, du Schleimer. Aber ich habe dich auch gerne, Axel. Sehr schön. Ja, damit denke ich einfach, schließen wir heute die 39. Folge am 22. März. Ähm, hat heute wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Axel, auch wenn wir über Schmerzen gesprochen haben. Äh, ja, und echt, macht immer riesig Spaß mit dir. Und ich denke, du hast heute mal die letzten Worte und viel Spaß. und, äh, ich danke an alle und, äh, hört unseren Podcast Glocke und Kommentar und, ach, hört nicht, hört nicht auf damit, einfach alles rein da. Genau, macht einfach mal auf Abonnieren. Äh, vielen Dank. Äh, wir sehen uns wieder am, oder hören uns wieder am 5. April und, äh, euch allen noch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wollt ihr Infos, die kein Mensch braucht, dann schaltet wieder ein. Mit Axel und Robert habt ihr Spaß und so sollte es sein. Dies, das Ananas. Dies, das Ananas. Ananas schmeckt ganz gut.